Wir sind am Ziel. Maschinen erarbeiten unser Einkommen und stellen uns für soziale sowie kulturelle Arbeit frei. Der BGE-Papst informiert, diskutiert und beantwortet Fragen rund um das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de. Das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, bedeutet, dass jeder Bürger ein garantiertes monatliches Einkommen als Existenzgeld erhält. Die Sendung will Menschen über das BGE aufklären und dazu anregen, sich mit diesem innovativen Thema zu beschäftigen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bge-film.de und www.bge-archiv.de. Der BGE-Papst. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de. Der Kapitalismus macht keine Pause. Leider geht er auch nie baden und so können uns auch wir hier keine Pause gönnen. Hallo und herzlich willkommen zum BGE-Papst. Seine Scheinheitlichkeit predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Hier und das Ganze live aus der Abbaubar, aus der Sozialbar in der Danziger Straße 50 im Panzerberg. Hallo Juliane. Hallo Rolf. Rolf, unser radioaktiver Barmann und Micha, unser BGE-Papst an der Technik. Die funktioniert? Die funktioniert gut. Wir haben heute ein paar Pannen hier, wie gesagt, das Wetter, aber das soll uns nicht davon abhalten, eine gute Sendung zu machen. Wir haben heute folgende Gäste. Einmal Olaf Ostertag von der Linken. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Bitte, wir freuen uns, dass du gekommen bist bei dem Wetter. Und wir haben Jarek. Ja, hallo, Jarek Rieskin. Genau. Und Jarek ist der, wollte ich noch schnell hinterher schieben, der Veranstalter der BGE-Demo am 14.09. Da hören wir gleich auch noch einiges zu. Micha, hast du was einzufügen? Ja, habe ich ganz kurz, weil ich habe hier natürlich, ich schwitze hier gerade an der Technik, weil die Software, die ich sonst benutze, die startet nicht. Ich musste auf eine andere, wir haben einen Ansatz-Mischbult, weil das unsere eigentliche immer noch bei der Reparatur ist und so weiter. Also deshalb, und ich wollte gerade sagen, Jarek, mach bitte deine Begrüßung nochmal, weil das Mikrofon war noch nicht auf dem Gewehre. Aber jetzt sind wir auf Sendung? Jetzt bin ich auf Sendung. Wir sind sowieso auf Sendung, nur ich habe das Problem, ich kriege hier die Mikros nicht einfach abgeschaltet, sondern ich muss sie jedes Mal runterregeln sozusagen, wenn wir Musik spielen wollen. Und jetzt zur Eröffnung sozusagen waren alle Mikros offen, nur eben halt das Blaue noch nicht, wo Jarek eben halt reingesprochen hat. Also nochmal, halt nur Jarek. Also soll ich mich jetzt begrüßen nochmal? Bitte seid so freundlich. Nein, also Jarek Leschinski, ich bin hier jetzt auch beim BGE-Papst in der Sendung und ja, ich übernehme natürlich nicht jetzt die Demo-Redaktion. Ich kann dich sozusagen nochmal vorstellen und zwar Jarek ist Veranstalter der BGE-Demo, die am 14.09. stattfinden wird in Berlin und da sprechen wir gleich noch drüber. Genau, so. So, Michael, willst du eine Musik oder sollen wir loslegen? Wie möchtest du gerne? Wie ihr wollt, Leute, was sagt ihr? Wir sind heute ein bisschen improvisierend hier. Loslegen? Na, dann legen wir los. Loslegen. Wir fangen mal an mit Olaf Ostertag. Olaf Ostertag ist von der Linken und wir wollen natürlich, das ist ja unsere Reihe vor der Bundestagswahl, wir hatten vor zwei Monaten den ersten von der Linken, das war der AFZ-Wagner, heute haben wir Olaf Ostertag von der Linken, nee, von den Grünen hatten wir AFZ-Wagner, heute haben wir Olaf Ostertag von der Linken, um Gottes Willen. Also ich wollte da jetzt nicht widersprechen, weil mir war der Name jetzt von den Linken zwar nicht bekannt, aber da wir immer noch über 70.000 Leute sind. Ich habe schon gerade gesagt, es ist sehr heiß heute. Da habe ich mir gedacht, es kann durchaus sein, dass ich ihn nicht kenne, auch wenn er bei uns ist. Ich muss mich sehr zusammenreißen heute bei den Temperaturen. Wir möchten natürlich wissen, warum sollen wir unser Kreuz wo machen, wer macht was in Sachen BGE und dafür haben wir Olaf Ostertag heute hier im Studio, der soll uns erzählen, wie ist der Stand der Dinge bei der Linken. Vielleicht mal eine kleine Einführung erstmal, was machst du bei der Linken, inwiefern setzt du dich für das BGE ein? Was ich selber bei den Linken mache, ist schon ein bisschen umfangreicher, geht auch über das BGE hinaus. Ich bin in der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Marzern-Hellersdorf, dort kulturpolitischer Sprecher, bin dort auch der Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Weiterbildung, bin selber Kabarettist von Beruf, gelernter Schauspieler, haben wir vorhin schon im Vorgespräch ein bisschen drüber geredet, was ich sonst noch so alles machen kann. Singen kann ich beispielsweise auch, ob ich das dann auf der BGE-Demo am 14. September machen werde, da reden wir nachher nochmal ein bisschen drüber. Und habe mit Stefan Wolf, der das Konzept der Linken für das bedingungslose Grundeinkommen geschrieben hat, mit Katja Kipping, mit Ronald Blaschke, der ja auch vielen Menschen bekannt ist, und mit Jens Eberhard Jahn und noch einigen anderen 2004 in Erfurt, die linke Arbeitsgruppe zum bedingungslosen Grundeinkommen gegründet. Und wir arbeiten halt jetzt nun schon neun Jahre lang kontinuierlich daran, dass die Linke sich auch ein Konzept zum bedingungslosen Grundeinkommen als das eigene adaptiert, sind da relativ weit vorangekommen. Es ist auch so, dass wir im Jahr 2014 unmittelbar nach der Europawahl auf dem Bundesparteitag der Linken dann die Gelegenheit haben, dieses Konzept ausführlichst vorzustellen, was also sehr selten passiert, dass man so kostbare Zeit eines Bundesparteitages, in diesem Fall 90 Minuten, opfert für das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Da muss ich mal einhaken. Es ist ja in der Linken so, dass die Linke gespalten ist. Die Linke ist also nicht ganz und gar fürs bedingungslose Grundeinkommen. Ich würde jetzt mal sagen, gespalten wäre jetzt falsch gesagt. Wir sind fragmentiert. Wie man es jetzt aussieht, ich wollte das nochmal eben einbringen, weil damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht wundern, warum kriegen die keine Redezeit und so weiter und so fort. Also bedingungsloses Grundeinkommen ist ja ein Thema mit sehr vielen Aspekten und ich glaube, dass solche Konzepte, wie Götz Werner sie vorgestellt hat oder wie Dieter Althaus sie mit dem solidarischen Brückergeld vorgestellt hat, bei den Linken auch sehr, sehr starke Abwehrreflexe gegen bedingungsloses Grundeinkommen als Idee erst hervorgerufen haben. Also es ist ja durchaus so, dass die Linken sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass es möglichst mehr Gleichheit zwischen den Menschen geben soll und viele Modelle, die konkret vorgelegen haben, die dann auch Gewerkschafter beispielsweise gelesen haben, da die Bundeskongress bewertet hat und so weiter, die haben eben diesen Effekt nicht, sondern die können möglicherweise sogar für eine weiter wachsende Ungleichheit sorgen. Das ist ja jeweils immer eine Frage der Modelle. Inwiefern? Inwiefern? Ich sage jetzt einfach mal, wenn jeder ein Grundeinkommen in einer bestimmten Höhe bekommt, es bekommt ja dann jeder das Gleiche, es bekommt ja nicht ein reicher mehr, ein armer weniger, warum ist dann Ungleichheit gegeben? Dann hat doch jeder noch so viel Geld. Beim solidarischen Bürgergeld von Althaus ist es ja beispielsweise so, dass der insgesamt dazu dient, also dieses Bürgergeld ist ja nicht in einer existenzsicherten Höhe definiert, beispielsweise, sondern 600 Euro, wenn man das Ganze haben will und 200, wenn man das Halbe haben will, also weil ja gleich auch wieder eine Pauschale für die Bürgerversicherung abgezogen wird, für die Krankenversicherung von 200 Euro. Aber das sollte komplett den Sozialstaat ersetzen. Das heißt, da wurde dann auch gesagt, zurzeit haben wir so 750, 800 Milliarden Staatsausgaben für Soziales und das würde bis auf die Hälfte oder ein Drittel runtergefahren. Das heißt, also der Sozialstaat würde dramatisch... Also die Leute sollen dann Leben von den 600 Euro für alles, das verstehe ich nicht ganz. Ja, das ist das sogenannte solidarische Bürgergeld. Also es gibt viele Grundeinkommensmodelle, die sich Grundeinkommen nennen, ohne dass sie existenzsichern sind, ohne dass sie besondere Lebenslagen berücksichtigen, ohne dass sie Bedarfe von beispielsweise Menschen mit Behinderungen berücksichtigen, die dann eben dazu führen, dass für soziale Belange in diesem Land noch weniger ausgegeben wird, als heute ausgegeben wird. Das hieß so eine Verschlechterung? Eine Verschlechterung. Und weil die Linken nicht für eine Verschlechterung zu haben sind, sind auch viele Linke der Auffassung, deswegen sind wir grundsätzlich nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen zu haben, weil das bedeutet eine Verschlechterung. Deswegen ist es unsere Aufgabe als Arbeitsgemeinschaft, bedingungsloses Grundeinkommen in und bei den Linken, eben deutlich zu machen, dass das bedingungslose Grundeinkommen auch so definiert werden kann, dass es allgemein eine Verbesserung bedeutet. Was eben bedeutet, dass es weiter mehr Bedarfe gibt, dass es Hilfen in besonderen Lebenslagen gibt, dass es in teuren Wohngegenden weiter einen Wohngeldzuschuss gibt. Alles das steht bei uns im Konzept. Wir haben auch zwei Modelle inzwischen vorgelegt, beziehungsweise werden sie jetzt demnächst auf unserer Bundesmitgliedsversammlung noch mal präzisieren, weil wir ja immer das Zahlenmaterial, das aktuelle einarbeiten und jetzt auch mal zwei verschiedene Modelle haben. Einmal als negative Einkommenssteuer und einmal als Sozialdividende. Können Sie das mal eben so knackig erklären, dass die Leute sich da was darunter vorstellen können? Ja, Sozialdividende kriegt jeder auf sein Konto im Monat und am Ende eines Quartals oder eines Jahres wird es dann verrechnet und die negative Einkommenssteuer ist umgekehrt. Da wird zunächst einmal geschätzt, hat man überhaupt vom bedingungslosen Grundeinkommen was zu kriegen oder ist man so wohlständig, dass man das mit der Steuer sowieso wieder abzahlen müsste und kriegt also nicht zunächst einmal etwas aufs Konto, sondern weiß das schon gleich vom Finanzamt, man wäre Nettozahler und muss deswegen keine Zahlung erhalten. Das ist auch der Effekt, weswegen das bedingungslose Grundeinkommen in derselben Höhe, wie es bei den Menschen ankommt, trotzdem völlig unterschiedlich hoch ist in der Gesamtsumme, was umverteilt werden soll im Vergleich zu heute. Also wenn es in der Variante negative Einkommenssteuer gezahlt werden muss, dann bleiben wir bei 300 Milliarden im Jahr hängen. Wenn unser Einkommensmodell bei derzeit 1080 Euro für eine erwachsene Person an alle zunächst einmal als Sozialdividende ausgezahlt wird, da kommen wir langsam an die eine Billion ran. Darf ich mal nachfragen? Das hört sich alles sehr kompliziert an. Warum sagt man nicht, wir schaffen sämtliche Sozialämter, Jobcenter ab, sparen dort die Verwaltungskosten und geben das den Leuten so? Ohne Prüfung? Das reicht nicht. Das reicht nicht? Das reicht nicht. Das steht drin im Konzept, dass die Arbeitsverwaltung… Was reicht nicht? Also das Geld, was dann frei werden würde, reicht nicht, oder? Nein, das Geld, das man einspart bei den Leuten. Also wir haben in unserem Konzept drin, dass wir die Leute nicht freisetzen wollen vom Jobcenter, sondern dass wir sie gerne zu den Finanzämtern schieben wollen, damit wir eine wesentlich bessere Steuerfahndung haben. Es ist ja heutzutage beispielsweise so, dass wenn ein Steuerfahnder seine Arbeit ernst nimmt, dann wird er gleich für verrückt erklärt und wird vorzeitig pensioniert, wenn er Glück hat oder kriegt dann vielleicht so etwas wie Gustl Mollert, dass er wirklich in die Psychiatrie eingewiesen wird. Wir hätten ganz gerne, dass die Steuerfahndung auch wirklich das Geld eintreiben kann. Dazu braucht sie wesentlich mehr Leute. Und diese ganze Hartz-IV-Verfolgungsbetreuung, die wir auch aufheben wollen, da sind dann jede Menge Leute frei. Und die haben ja so Erfahrungen mit den Hartz-IV-Empfängern, die würde ich gerne ein paar Multimillionären mal angedeihen lassen. Das ist natürlich eine super Idee. Den Lacher hat man jetzt aber nicht gehört, weil da das Mikro nicht dabei war. Also das ist etwas, was aber noch nicht so in die Öffentlichkeit gedrungen ist. Das ist eine super Idee. Das heißt, anstatt Hartz-IV-Betroffene werden dann Multimillionäre verfolgt. Also erstmal muss man ja das Bewusstsein dafür schaffen, dass Hartz-IV-Betroffene tatsächlich verfolgt werden. Unsere Bundesvorsitzende hat ja diesen schönen Satz der Verfolgungsbetreuung mehrfach in Interviews gesagt. Das muss man aber Leuten, die davon nicht betroffen sind, immer und immer und immer wieder klar machen. Also wir hatten jetzt da gesagt, ich beispielsweise bin ja auch Aufstocker, also betroffen davon. Ich bin seit dem 14. Januar diesen Jahres außerdem tätig als Call-Center-Agent für Zalando, Schrei vor Glück. Und ich kriege da so 500, 600 Euro netto im Monat. Das verarbeitet mein Jobcenter nicht. Für wie viele Stunden? 24 Stunden die Woche. Das verarbeitet mein Jobcenter nicht. Also 7,50 Euro ist der Stundenlohn brutto. Das kann mein Jobcenter nicht wirklich einsehen, weil das ist ihnen zu wenig. Und deswegen sind sie immer noch in der Verpflichtung, mich regelmäßig vorzuladen und mir regelmäßig Eingliederungsvereinbarungen vorzulegen, wo ich mich verpflichte, dass ich weiterhin dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehe und nachweise, dass ich mich weiterhin bewerbe bei endlich einer Arbeitsstelle, wo ich dann komplett aus dem Leistungsbezug rauskomme. Wenn nicht, dann wird von dem bisschen, was ich da jetzt noch vom Jobcenter bekomme, das sind zurzeit etwa 230 Euro, wird mir erst mal 10, 30, 60, 90, 100 Prozent abgezogen, wenn ich mich nicht wohl verhalte. Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich etwa 80 Stunden die Arbeit pro Woche wirklich arbeite. Also 24 bei Zalando. Das kommunale Mandat ist recht anstrengend. Kabarett spiele ich auch. Ich trete mehrfach im Monat auf, auch ganz ohne Gage. Das alles addiert sich zu einer solchen Arbeitswoche, dass alle Leute wissen, ich kann eigentlich nicht mehr zusätzlich noch weiter arbeiten. Wieso werde ich eigentlich weiterhin vorgeladen und wieso muss ich weiterhin vorlegen, dass ich noch mehr Arbeit mir suche? Das verstehen Leute, die mich kennen, überhaupt nicht. Aber das Jobcenter ist auch verpflichtet dazu, mir ständig Vorladungen zu schreiben und mir ständig zu erklären, ich muss jetzt endlich aus dem Leistungsbezug raus. Weil die einzige Daseinsberechtigung des Jobcenters ist, die sogenannten Kunden aus dem Leistungsbezug rauszukriegen. Es geht nicht darum, sie zu fördern. Es geht nicht darum, zu sagen, sie sollen möglichst überleben können in Würde, sondern sie sollen verdammt noch mal aus dem Leistungsbezug des Staates, der Staatskasse raus. Das ist das einzige Ziel. Und wenn sie selber, die Mitarbeiter des Jobcenters, dafür keine Idee haben, dann müssen die Kunden diese Ideen mitbringen. Und dass sie sie nachweisen, dass sie Ideen haben, wie sie aus dem Leistungsbezug rauskommen, das ist der einzige Sinn des Systems. Über Inga Hannemann können wir ja auch noch reden. Und sie hat das ja auch wunderschön jetzt in ihrem Blog, Altona Blog, veröffentlicht, wie das tatsächlich innerhalb so eines Jobcenters funktioniert. Aber leider, es wissen immer noch viel, viel, viel zu wenige und viel mehr Leute sollten solche Blogs lesen. Naja, es ist ja jetzt eigentlich erst an die Öffentlichkeit gekommen, so wie ich gehört habe, durch einen Spiegelartikel, wie die Jobcenter auch arbeiten. Das war ja vorher nicht sehr an der Öffentlichkeit. Also es ist ja in diesem Spiegelartikel rausgekommen, dass die Jobcenter auch nicht so arbeiten, wie sie sollen. Obwohl so, wie sie sollen, wäre schon nicht in Ordnung. Aber sie arbeiten noch nicht mal nicht in Ordnung, so wie sie sollen, sondern sie arbeiten noch mal schlecht obendrauf. Also vermitteln Leute, die... Der Spiegel hat einfach eine interne Studie des Ministeriums mal ausgegraben, wo das Ministerium selber evaluiert hat, wie funktionieren eigentlich die Jobcenter. Und diese, wie das meistens mit Regierungsstudien ist, verschwand in irgendeinem Giftschrank. Und das Schöne an der Spiegelredaktion ist, wie kriegt der manchmal so Schlüssel zu Giftschränken von Bundesregierungsvorlagen. Aber da steht das alles drin. Das kann auch jeder eigentlich wissen. Das kann auch die Bundesregierung wissen, seitdem es verabschiedet wurde. Ich habe das übrigens mal in meiner damaligen Eigenschaft als Journalist für das Neue Deutschland, für die Zeitung Neues Deutschland, mal den damaligen Wirtschaftsminister, Arbeitsminister Klement gefragt, wie das denn sein kann, dass über dieses System ganz viele Jobs bezahlt werden, als ein Euro Jobs, die vorher ordentliche Arbeitsstellen waren. Was sagt er dazu? Das ist nicht der Sinn des Systems. Aber es wird trotzdem so gemacht. Aber es wird trotzdem so gemacht. Aber das war nicht gewollt, als es verabschiedet wurde. Das will ich damit sagen, Sie konnten es alle wissen, wenn Sie die eigenen Berichte Ihrer eigenen Beamten gelesen haben, haben Sie aber nicht gelesen. Sie haben gesagt, wir wollten was Gutes machen, schade, dass es nicht funktioniert. Nächstes Thema, bitte. Aber es läuft trotzdem weiter, wenn es auch nicht funktioniert. Also das ist ja das Problem. Man könnte sich auch hinstellen und sagen, Leute, das war nichts. Wir gehen nochmal zurück auf Los und überlegen und setzen uns alle an den Tisch und überlegen uns nochmal was Neues, was Besseres. Aber genau das wird ja nicht getan. Also dieses von allen Seiten für schlecht erklärte System wird trotzdem weiter durchgepeitscht. Naja, das war es von allen Seiten für schlecht erklärt. Ich glaube, dass die Bundesregierung gerade die schwarz-gelbe findet. Auch die schlechten Auswirkungen sind in Wirklichkeit gute Auswirkungen, weil wenn die Leute so unter Druck sind, vielleicht verlassen sie dann uns endlich und gehen dann nach Griechenland oder Spanien oder wo sie hingehören. Also man hat schon das Gefühl, dass es sich um das System handelt. Die Leute brauchen wir nicht. Die sollen in Angst leben. Die sollen möglichst keine Würde haben. Und auf die Art und Weise kriegen wir dann auch diejenigen, die noch einen Job haben, von dem sie leben können, ohne Zusatzleistungen zu beantragen, auch noch verängstigt. Das ist, glaube ich, der ganze Sinn des Ganzen. Und da sind wir dann wieder bei der ganzen Wahlprogrammatik der Linken. Und da könnten wir dann vielleicht weiterreden, wenn wir eine Musik machen zwischendurch. Das ist fantastisch. Das ist fantastisch, dass der Gast mitdenkt, dass wir ab und zu mal ein bisschen den Kopf ausschütteln. Ich habe es Ihnen vorher angekündigt, alle 15 bis 20 Minuten wird hier Musik gemacht. Ja, ich weiß, Juliane, du tust immer so, als wäre die Musik im Radio sozusagen irgendwie was ganz Unmögliches. Aber ich denke mal, zwischendurch ab und zu ein bisschen Musik wäre ganz gut. Aber ich wollte mal noch was zum Thema mit dazu sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Der Rolf hat es schon erfahren durch eine Freundin. Ralf Böse hat es selber am eigenen Leib schon erfahren. Es werden jetzt Hartz-IV-Protagonisten zu Firmen eingeladen und werden dort, sage ich mal, in eine Richtung gedrängt, in einen Job, der eigentlich sich erst mal unsaiös anhört oder irgendwo alles nicht ganz so hinhaut. Sodass der Protagonist dann an irgendeiner Stelle sagt, nee, da mache ich nicht mit. Und in dem Moment gibt es eine Sanktion. Und wenn man das aber bis zum Ende durchspielt, kriegt man gar keinen Job vermittelt, weil gar keine Basis hinter ist. Also wir haben den Eindruck, dass regelrecht jetzt Firmen sozusagen vermittelt werden, die Menschen in die Sanktionen hineintreiben und dafür dann auch noch mal Vermittlungsprovisionen kassieren beziehungsweise eben halt versuchen da wieder die Menschen entsprechend reinzudrängen. Also was Olaf Ostertag gerade erzählt hat, das noch mal richtig professionell mit professioneller Hilfe sozusagen. Ich habe selber so eine Einladung bekommen zu einem weiteren Callcenter. Das ist erstaunlicherweise, ich habe noch nie vorher vom Jobcenter Einladungen zu Vorstellungsgesprächen bei Callcentern erhalten. Seitdem ich bei einem Callcenter arbeite und meinem Arbeitsvertrag steht extra drin, dass ich mich nicht bei anderen Callcentern bewerben darf. Seither kriege ich vom Jobcenter Einladungen zu solchen Vorstellungsgesprächen bei Callcentern. Was natürlich genauso eine Falle ist. Also man kann entweder den Arbeitsvertrag brechen oder man kann sich selber eine Sanktion auslösen. Also man kann sich nicht mehr so verhalten, dass man keinen eigenen Nachteil erleidet. Darf ich aber noch mal was fragen, bevor du die Musik machst, was ich letztes Mal schon gefragt habe, was vielleicht eine etwas ausführlichere Antwort nach sich zieht. Meiner Meinung nach sind Callcentern gar nicht mehr erlaubt. Nicht, dass ich wüsste. Ja, eins geht das schon pleite. Die ersten zwei Jahre sind der Arbeitsvertrag. Ich denke mal, da sind mehrere Callcenter-Abteilungen sozusagen vermischt, weil ein Service-Callcenter einer Firma, das ist erlaubt, das ist ganz logisch. Also der berühmte Coldcall ist verboten, aber der ist schon seit zehn Jahren verboten. Also dass man jemanden anruft und ihm, ohne dass er vorher irgendeinen Kontakt zu einer Firma gehabt hat, etwas verkaufen will. Das war schon immer verboten. Und was du bei Zalando machst, ist sozusagen, die Leute rufen dich an. Ich bin die Beschwerde-Hotline. Also das bedeutet, bei Zalando, das passiert immer wieder mal, wird ein Schuh falsch geliefert und die Kunden von Zalando rufen dann die Hotline an und erklären, also ich habe Schuh A bestellt und Schuh B bekommen und ich nehme das dann auf. Das ist völlig legal. Und jetzt spielen wir aber erst mal Musik A ab. Der BGE-Papst-Predigt jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE genannt. Der BGE-Predigt kann nicht nur weltweit live auf rockradio.de, sondern auch öffentlich in der sozialen Kellerbahn des Zentrum Danziger 50 in der Danziger Straße Nummer 50 in Berlin-Prenzlauer Berg gehuldigt werden und damit kein BGE-Jünger umsonst erscheint, ist an diesem Tag die soziale Kellerbahn von 15 bis circa 19 Uhr geöffnet. Der Altarwein kann zum göttlichen Vereinspreis erworben werden. Gepriesen sei das BGE. Hostien und Chips sind aber bitte selber mitzubringen. Sind da schon Sandkörner zwischen den Zähnen? Ja, ja, ja. Irgendwie bei der Hitze ist das alles ein bisschen schwerer heute. Genau, ich wollte gerade sagen, Micha redet sonst auch schneller und flüssiger, aber gut, das können wir heute verzeihen. Na, wegen einiger Beschwerden versuche ich langsamer zu reden. Wir haben heute Olaf Ostertag von der Linken hier und wir möchten gerne wissen, warum sollen wir in gut sechs Wochen, in fünf Wochen, wann ist die Bundesliga, in acht Wochen, nee. 22. September. Gut, bevor ich mir hier einen abbreche, warum sollen wir die Linke wählen? Das sollten acht Wochen sein. Man kann es auf einen Satz zusammenfassen. Nee, nee, ich will vorhin eine Frage stellen für die Leute. Wir kommen gleich zu. Das war doch schon eine Frage, dachte ich. Auch, aber das ist ja das Motto unserer heutigen Sendung, warum sollten wir die Linke wählen? Es herrscht so ein gewisses Unverständnis und eine gewisse Verwirrung. Das höre ich immer wieder, wenn ich mit Leuten über die Linke rede. Da sagen mir die einen, ja, wofür ist die Linke? Wollen die Linken Hartz IV abschaffen oder wollen die 500 Euro Regelsatz? Was denn jetzt? Beides zusammen geht ja nicht. Könntest du das mal aufklären? Was will die Linke? Das ist immer so die Irritation zwischen Sofortforderungen und das, was wir eigentlich wollen. Also es steht im Programm drin, dass wir von zwei Sofortforderungen bezüglich Hartz IV nicht abgehen. Das ist die sofortige Erhöhung des Regelsatzes auf 500 Euro für ein Single-Haus. Plus Miete, ne? Plus Kosten, wie heißt das so schön, Kosten für Unterkunft und Heizung. So ist es korrekt ausgedrückt, ja. Und das andere ist die sofortige Abschaffung des Sanktionsparagrafen 31 im SGB II. Also keine Sanktionen mehr und sofort Regelsatzerhöhung für einen Single-Haushalt auf 500 Euro. Dann steht aber außerdem im Wahlprogramm drin, dass wir Hartz IV zugunsten einer solidarischen Mindestsicherung, also durch eine solidarische Mindestsicherung ersetzen wollen, die 1050 Euro zur Zeit beträgt. Das aber auf lange Sicht, ne? Nein, das im Rahmen dieser Wahlperiode. Das heißt, was man ganz schnell machen kann, ist Regelsätze erhöhen im vorhandenen System. Und das war ja bei der Hartz IV-Einführung auch so, dass das zwei Jahre gedauert hat oder fast zwei Jahre von der Idee bis zur tatsächlichen materiellen Wirksamkeit. Also es wurde ja 2003 erdacht und es war dann am 3.1.2005 erst Praxis. So lange braucht eine Verwaltung, um etwas zu verändern. Und genau das ist die Zeit, die man im Zweifelsfall braucht. Regelsatzerhöhung kann man sofort hinkriegen. Aber um ein anderes System zu implementieren, braucht man wieder mindestens diese Übergangsphase von eineinhalb bis zwei Jahren, damit auch die Behörden entsprechend umgebaut werden können. Okay, damit ich das jetzt nochmal für alle verständlich, dieses Missverständnis ausräume, das heißt, wenn jetzt die Linke nach der Bundestagswahl mit auf dem Thron sitzt, dann kriegen wir oder setzt sich ein dafür, dass Hartz IV Betroffene als allererste Sofortmaßnahme erstmal 500 Euro Regelsatz bekommen. Das gehört zu den Sofortforderungen, von denen wir nicht abgehen. Während wir hier reden, gibt es ja auch schon den einen oder die andere, die sich darauf einstellt, heute Abend ZDF und Gregor Gysi zu hören. Da wird er das wahrscheinlich auch nochmal kurz erläutern, wie er das denn gemeint hat, mit dem wir wollen keine Tolerierung, sondern wir wollen, wenn, dann tatsächlich in eine Regierung eintreten. Heißt also tatsächlich, wenn, dann Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen und dann darüber Essentials in Koalitionsverhandlungen haben, dazu gehören diese beiden Forderungen in Bezug auf Hartz IV. Und da rückt die Linke, um das auch nochmal ganz deutlich zu sagen, weil da werden dann auch Stimmen lauten, ja gut, wenn die Linke mitregiert, das heißt dann also, macht dann Abstriche, wie wir das ja auch im Berliner Senat ja gesehen haben, aber da ist ganz klar, wir rücken nicht davon ab, dass Hartz IV auf 500 Euro erhöht wird, der Regelsatz und sanktionsfrei, also das ist auf jeden Fall, da kann man sich drauf verlassen. Das steht so im Wahlprogramm und ich bin sehr gespannt, wenn darüber Verhandlungen überhaupt geführt werden, was dann bei diesen Verhandlungen rauskommt. Es ist ja so, dass man eigentlich die ganze Zeit mit SPD und Grünen, wenn man einmal nur so einen Satz sagt, wie ihn Gregor Gysi wahrscheinlich heute Abend im ZDF sagen wird, habe mir sagen lassen, dass er ihn sagen wird, der geht schon durch die Presse, der geht jetzt schon durch die Presse, weil es ist ja offensichtlich als Konserve gestern aufgezeichnet worden, dass man dann sofort die Antwort kriegt, nein, das machen wir, machen wir vielleicht, aber auf keinen Fall mit den Linken. Also ich glaube, dass es vielmehr die Diskussion ist, wenn SPD und Grüne wieder deutlich sagen, ja, also vom Inhalt könnten wir uns da ja hinbewegen, aber auf gar keinen Fall, wenn wir das mit den Linken dann im Bundestag beschließen müssen, dass es vielmehr darum gehen wird, warum wird die Linke eigentlich ausgeschlossen in solchen Sachen. Ja, warum? Weil die Linke eben genau diese Fragen gestellt bekommt, die du gerade gestellt hast, das wird auf gar keinen Fall aufgeweicht. Und das heißt, die Linke ist allein schon aufgrund der Erwartungshaltung in der Verpflichtung, dass so eine Regierung das auch wirklich macht, im Unterschied zu früheren Regierungen, wie der Müntefering mal von der SPD gesagt hat, ich finde das unfair, dass wir an den Wahlversprechen gemessen werden. Wir werden an den Wahlversprechen gemessen. Und dementsprechend ist unsere Frage bei einer Regierungsbeteiligung, können wir nachher vor die Wählerinnen und Wähler auch noch treten und sagen, wir haben unsere Wahlversprechen gehalten. Und wenn wir das nicht sagen können, können wir nicht mitmachen. Und das wissen die. Und deswegen, die haben, glaube ich, offensichtlich diese Haltung, wir können uns auch mal zur Wiederwahl stellen, wenn wir alle unsere Wahlversprechen gebrochen haben. Das haben wir ja schon 20 Jahre oder länger gemacht. Die Linke kann das nicht. Naja gut, ich meine, wir haben ja im Moment die völlig abstruse Situation, würde ich sagen, dass wir von grüner Seite hören, Hartz IV ist unmenschlich, das muss geändert werden, die Sanktion muss, oder was immer da geredet wird. Da fragt man sich, hallo, die haben Hartz IV auf den Weg gebracht, also wo man, wo man sich an den Kopf fasst und halten die den Wähler für so blöd oder was ist da los? Wir haben auch ganz andere Forderungen, die da beispielsweise drin lauten, dass wir gänzlich den Niedriglohnsektor abschaffen wollen. Das heißt nicht, dass wir die Leute jetzt wieder freisetzen wollen, sondern dass sie einen ordentlichen Lohn bekommen sollen für eine ordentliche Arbeit. Da steht ganz viel drin bei uns in der Programmatik darüber, dass die Arbeitsplätze als solche auch nicht mehr prekär sein dürfen, auch nicht mehr eingerichtet sein dürfen, dass die Leute Angst haben müssen, über ihre Normen irgendwie zu stolpern und dass sie mehr mitbestimmen können in ihren Betrieben. Das steht da alles drin, also alle die gewerkschaftlichen Forderungen, die so in den letzten 30 Jahren völlig aus dem Blick geraten sind, die aber tatsächlich das Leben der Menschen, die heutzutage in Betrieben sind, fürchterlich verdüstern, weil sie in einer ungeheuren Abhängigkeit, in einer ungeheuren Angst vor dem jeweils nächsten Vorgesetzten gehalten werden. Und das alles steht bei uns auch als Essential drin. Und das ist etwas, wo man dann auch von Grünen und SPD hören kann, ja, das ist fürchterlich, aber wir machen es mal weiter. Und das hat man von... Naja, die Grünen sagen ja im Moment, das ist alles fürchterlich, wir machen es jetzt anders. Das ist ja im Moment das, was man von den Grünen hört und liest in der Presse. Schnell diese berühmte Sachzwangfrage und da heißt es dann, wir würden es ja gerne machen, aber wir können ja da irgendwie nicht eingreifen. Und das sind... im Moment nicht dargestellt. Im Moment wird es ja so dargestellt, wenn ihr uns wählt, dann machen wir das. Aber gut, wir wollen heute auch gar nicht über die Grünen wählen, wir reden, wir wollen natürlich über die Linken reden. Es geht dann schließlich um die Praxis, also um den Mut, den man dann anschließend hat, wenn man es denn tun könnte. Also manchmal ist es ja einfach nur die Angst vor der eigenen Courage. Es ist ja ganz, ganz viele Leute, die Experten sind für ein ganz bestimmtes Fachgebiet. Die erklären dann die Sachzwänge in ihrem eigenen Fachgebiet und wenn man das in jeder Partei von jedem Fachgebiet hat, dann kann man irgendwann mal jegliche Änderungen aufgeben, weil man immer einen Experten oder eine Expertin hat, die da sagt, das geht aber nicht, weil dann geht dieser Effekt und deswegen ist es wichtig in der Politik auch immer wieder mal kurz die Grundsatzfrage zu stellen, was wollen wir eigentlich grundsätzlich erreichen? Und das tun wir als Linke und je stärker die Linke ist, desto mehr müssen andere das auch fragen. Und deswegen ist es sinnvoll, die Linke zu wählen, jetzt um diesen Blog abzuschließen, weil je stärker die Linke, desto sozialer die anschließende Politik, egal wer sie macht. Das ist ein wahres und ein gutes Abschlusswort für den Blog, aber Leute, bleibt dran. Wir haben noch anderthalb Stunden, wir machen aber jetzt trotzdem erstmal eine Musik. Ab einem gewissen Alter stecken einem die Apotheker in die dicken Tüten mit den Medikamenten auch noch Lesematerial. Folgenden Artikel habe ich daran jüngst entdeckt. Zitat. Jeder vierte hat innerlich gekündigt. Deutsche Arbeitnehmer fühlen sich wenig an ihren Arbeitsgeber gebunden. Fast ein Viertel, 24 Prozent, hat innerlich gekündigt. zeigt eine repräsentative Umfrage des Forschungsinstituts Gallup. Bei einer ersten Untersuchung im Jahr 2001 lag der Anteil noch bei 15 Prozent. Als Ursache für die geringe Bindung sehen die Forscher Mängel in der Personalführung der Vorgesetzten. So lasse das Engagement nach, wenn die Mitarbeiter beispielsweise nicht nach ihrer Meinung gefragt würden oder sie keine angemessene Rückmeldung zur Arbeitsleistung bekämen. Zitat Ende. Man kann ja viel über die Personalführungsmängel diskutieren. Meine persönliche Erfahrung besagt, dass die Chefs heute überwiegend durch Angst regieren. Man macht den Mitarbeitern Angst, entlassen zu werden, Angst, Hartz IV zu bekommen, Angst, gesellschaftlich geächtet zu werden. Aber mal ehrlich, Menschen, die aus Existenz Angst arbeiten, sind nicht kreativ. Menschen, die mit Angst im Nacken arbeiten, machen Fehler, arbeiten nur noch das ab, wofür man sie geschäftig zur Verantwortung ziehen kann. Menschen mit Angst machen keinen Handschlag mehr, als sie machen müssten. Schau nicht über den Tellerrand. Menschen, die von Amtswegen in einen Job gesteckt werden, den sie eigentlich überhaupt nicht machen möchten, haben doppelte Angst. Angst vorm Amt und Angst vorm Job. Menschen mit Angst werden krank. Kann sich das alles unserer Wirtschaft, unserer Gesellschaft leisten? Ich war in einer Zeit Chef, in der es einen Arbeitskräftemangel gab, damit meine Angestellten auch noch am nächsten Tag zur Arbeit kamen und sie nicht krank wurden oder gar kündigten, konnte ich sie bei Fehlern, die sie machten, nicht einfach zur Sau machen, sondern ich musste meinen Anschluss in einer positiven, konstruktiven Kritik unterbringen, den Angestellten zur besseren Leistung positiv motivierte und anspornte. Ungefähr so wie, also Rolf, den Text hast du ja schon sehr gut über den Sender gebracht, wenn du das nächste Mal aber ein bisschen weniger nuschelst, wird dann noch besser, versuch's gleich nochmal. Ich weiß nicht, warum das heutzutage den meisten Chefs so schwerfällt. Leider erlebe ich diese mittlerweile vollkommen demotivierten Angestellten immer und immer wieder. Die Angestellten wissen von nichts, es ist ihnen egal oder sie müssen erstmal den Chef fragen, sie haben keine Ahnung davon, sie sind gerade im Stress, das gehört nicht zu ihrem Aufgabenbereich oder sie sind unsicher, weil es all dies betrifft und müssen erst auf den Chef warten. Und das genau ist der Grund, weshalb ich heute keinen Chef mehr vor meiner Nase haben möchte, ich will mich nicht mehr aus Angst unter Druck setzen lassen und vor allem bei allem den Chef fragen müssen. Okay, Leute, wir sind wieder da beim BGE-Papst, wir haben heute Olaf Ostertag von der Linken zu Gast, wir haben aber auch Jarek und zwar geht es da um die Demonstration, BGE-Demonstration am 14. September und da wollen wir jetzt erstmal wissen, wer ist er und wie soll das abgehen? Ja, genau, also ich bin Jarek Lischinski und ich bin eigentlich so seit, glaube ich, 2006 aktiv fürs Grundeinkommen beziehungsweise erstmal im Kopf mehr aktiv, weil man bei solchen Sachen immer, also ich bin ja kein Mensch, der eigentlich früher auf Demonstrationen gegangen ist oder sich in Parteien engagiert hat, habe ich einfach nicht, das war, also ich glaube, ich bin so ein typisches Exempel für so einen Menschen aus meiner, glaube ich, Generation, die sich gar nicht so politisch aktiv Wie alt bist du? 36 inzwischen und ja, mein Leben lang war das eigentlich gar nicht so wichtig, weil man halt eben so denkt, so du denkst, du bist irgendwann mal im psychosozialen Moratorium, so nenne ich das, also im Bildungssystem, dann fängst du an, dich zu entwickeln irgendwie, fängst du an, deine Ziele zu verfolgen und so weiter und so fort und weil du im psychosozialen Moratorium lebst, weißt du gar nicht um die gesellschaftliche Wirklichkeit, du weißt ja nur von Erzählungen und egal aus welcher aus welcher gesellschaftlichen Schicht du kommst, du heißt immer nur so, du kennst das nur von Erzählungen und siehst dann zum Beispiel die Linken, die dann irgendwo gegen was sind und so und das sind dann immer so Abstrakte und immer mal lernt man dann eben die Wirklichkeit kennen und dann sagt man, dann fragt man, dann stellt man sich Fragen und so weiter und so fort und bei mir war es halt eben so, dass ich von vornherein eigentlich mich immer gewundert habe über die Politik oder über Politiker, weil die wissen ja alle, wo es lang geht und für mich war das eigentlich immer, die ganze Zeit eigentlich immer klar, selbst bis heute immer die Frage im Vordergrund oder eigentlich oder die Haltung, dass ich eigentlich nicht weiß, was die Lösung ist und ich glaube, das ist, das ist, also ich, ich würde auch sagen, das wäre für mich zum Beispiel eine demokratische oder hat ja was mit Demokratie zu tun, dass man erstmal sagt, ich weiß nicht, also eine Unzufriedenheit oder so oder eine Empörung und dann sagt man, ich weiß gar nicht, was die Lösung ist und dann fängt man an zu suchen und ich glaube, man also, aber alle zusammen, das verstehst du unter Demokratie. Genau und das war zum Beispiel die Erfahrung, die ich gemacht habe bei echter Demokratie jetzt oder bei dieser Occupy-Bewegung, haben wir gerade darüber gesprochen, dass eigentlich die Frage oder eigentlich die Haltung im Vordergrund stand, ich weiß nicht, was die Lösung ist, aber ich halte es aus, dass ich es nicht weiß und suche andere Leute, mit denen ich darüber reden kann, zum Beispiel. Und deswegen war es halt eben wichtig für die Occupy-Bewegung oder diese Haltung, wir haben keine Forderung am Anfang, weil wir gesagt haben, wir haben keine Forderung, weil wer sind wir schon, als dass wir es besser wüssten als die anderen. Gut, aber das ist natürlich dann irgendwie immer so ein Problem, die Leute wollen immer gern, das wissen wir ja oder das wissen wir von der Linken auch, die Leute wollen ja immer gern was vorgekaut haben, irgendwie sonst heißt es, ach, die wissen doch selber nicht, was sie wollen. Naja, also ich habe jetzt bei dieser Beschreibung der Occupy-Bewegung und dieser neuen Demokratie-Bewegung etwas mitgekriegt, was ich jetzt gerne wissen möchte, weil es nämlich ein ganz großer Unterschied ist zu dem politischen Raum einer politischen Partei, wie es die Linke ist, weil da ist der Diskussionsprozess durchaus sehr intensiv und demokratisch organisiert, aber eigentlich sind alle Beteiligten, die in diesen Diskussionsprozess reingehen, davon überzeugt, dass sie genau wissen, was die Lösung ist. Es gibt also ganz viele Leute in einem Raum, von denen jede und jeder glaubt, dass sie wissen, was die Lösung ist und dann müssen die miteinander aushandeln, was ist denn jetzt unsere Lösung, die, auf die wir uns alle einigen können und das ist eigentlich eine ganz andere Situation, als wenn ganz viele Leute in einem Raum sind, die sagen, ich sehe ein Problem, aber ich weiß nicht, was die Lösung ist. Das sind zwei völlig unterschiedliche Diskussionen und deswegen vielleicht versteht sich auch die Occupy-Bewegung mit dem politischen Betrieb überhaupt nicht. Diese Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht und da würde ich gerne mehr Näheres wissen. Ja, genau, also das kann ich auch so bestätigen eigentlich, weil ich glaube, die meisten Leute, die sich da engagiert haben, auch in Deutschland eigentlich, aber auch in Spanien und überall, das war halt eben genau was völlig anderes, was diesen üblichen politischen Betrieb da anbelangt. Da hast du vollkommen recht und ich will das ja gar nicht gegeneinander spielen, ausspielen, weil das ist ja, das will ich ja gar nicht machen, ich will es ja nicht sagen, das ist schlecht, das ist gut, aber das war glaube ich, das war das Zündende, was eigentlich aus den arabischen Ländern kam, dass man halt eben gesehen hat, vor allen Dingen junge Menschen gesehen haben, dass da sich junge Menschen, vor allen Dingen, aber nicht nur junge, aber auch junge, aber auch eigentlich alle, sich treffen und über ihr Leben diskutieren, ob das so, wie es ist, eigentlich okay ist oder ob das so, ob wir zufrieden sind oder nicht und die haben sich zusammen getroffen, weil sie eigentlich nicht zufrieden waren und ich glaube, das war halt eben so ein Impuls, so ein Demokratieimpuls, was wirklich aus einer anderen Ebene, in der Psyche vielleicht sogar kam oder hatte was gar nichts erstmal mit dem politischen zu tun, sondern eben wirklich mit dem eigenen Leben, dass man sagt, ich nehme das mein Leben nämlich ernst und weil ich das ernst nehme, muss ich auch das andere Leben ernst nehmen und dann will ich auch, dass du mein Leben ernst nimmst und dann reden wir jetzt halt eben über was ist eigentlich nicht gut und das war halt eben das, was aus Spanien dann nach Deutschland kam und in Deutschland genauso auch glaube ich so zündend war, dass man gesagt hat, nee, wir wollen nicht euch, weil die meisten Menschen, das ist meine Erfahrung, die wollen ja gar nicht irgendwie einen Vordenker haben. Ich glaube, das ist so die alte Politik. Da habe ich aber andere Erfahrungen und wir machen es nach. Da muss ich einhaken, ich habe da ganz andere Erfahrungen, dass man eigentlich immer hört, so demokratische Prozesse, wie zum Beispiel, dass auch innerhalb einer Partei diskutiert wird, weil ja auch nie irgendwie die gleiche Meinung ist, da sagen die Leute ja, die streiten sich ja nur, die wissen ja gar nicht, wo sie hinwollen. Also ich habe schon die Erfahrung gemacht, die Leute wollen was vorgesetzt bekommen, was wir dann gutieren oder ablehnen. Also ich glaube, jetzt muss ich ja einschreiten, es ist sowohl, als auch die Menschen sind ja unterschiedlich. Es gibt Leute, die brauchen einen Chef, der ihnen sagt, tu das und das. Genau. Es gibt dann Leute, so wie dich oder Micha oder mich, ich kann so nicht arbeiten. Und so ist es. Genau so. Da würde ich auch noch mal ganz gerne wieder. Warte mal kurz. So, da haben wir jetzt alle hier drin. Und so ist es halt eben auch mit der Politik. Es gibt sicherlich Leute, die brauchen jemanden, der ihnen sagt, tu das und das und das und das und das ist die Lösung oder wir haben da diese Lösung. Es gibt sicherlich auch andere, die sagen, ich weiß nicht, was es für eine Lösung gibt, lass uns doch mal versuchen. Vielleicht finden wir was vollkommen Neues. Ja. Und ich habe, lass mich mal ganz kurz noch, weil ich würde da noch mal kurz auch einhaken wollen, weil ich bin ja so aufgewachsen, dass ja mein Erich schon auch wusste, was gut für mich ist. Erich Honecker. Genau, genau. Ja. Und das habe ich auch immer wieder oder sehe das heute auch bei den Parteien und so weiter, dass sie eben halt der Meinung sind, dass sie glauben eben halt zu wissen, was die Menschen wollen und und und. Und ich glaube, Jarek, es gibt eben halt so Menschen wie eigentlich wir oder viele andere, die einfach sagen, lasst uns doch bitte einfach leben. Und ich bin der Meinung, dass diese neue Bewegung eigentlich oder diese Mehr-Demokratie-Bewegung und so weiter dahin führen sollte eben halt, dass eine Gesellschaft einfach aus der Gesamtheit entsteht und nicht, dass eine Gruppe sagt, wie die Gesellschaft funktionieren soll. Ja, und das hoffe ich, dass das eigentlich uns irgendwie gelingt, das mehr in den Vordergrund zu bringen. Ja, genau. Genau, du hast vollkommen recht. Ich glaube auch, also zum Beispiel der Satz, der alte Satz von Kant, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Das war wirklich, das war witzig und interessant, weil am Anfang, als es da so stand, Sapere Aude heißt das, haben viele gesagt, ja, das ist ja viel zu akademisch und Latein und so. Das haben die Leute, das haben die verstanden. Jeder Mensch versteht das. Also, dass man, und das ist meine Erfahrung, dass man eigentlich, dass es so, dass es halt eben politisch oder politisch sein, da glaube ich eigentlich anfängt, dass man so sagt, okay, du sollst Mut haben, wirklich über dein eigenes Leben nachzudenken und ich glaube, das ist so das, was heutzutage den Politikverdruss hier ausmacht oder Parteienverdruss oder, ich glaube, es gibt keinen Politikverdruss, es gibt nur Parteienverdruss, hat aber nichts mit den Linken, sondern mit den anderen Parteien und, und ich glaube, das ist vielleicht der Anfang oder das ist auch so eine Hoffnung, dass ein eigenes, so wie du, so wie Michael sagt, dass so ein selbst, politisches Selbstbewusstsein entsteht, was völlig neu war und ich sah das so entstehen, aber das ist halt so eine schwierige Sache, aber es war wirklich so eine Hoffnung, so ein Fünkchen Hoffnung, dass auch wir hier so eine neue 68er bekommen oder sowas. Das ist aber besonders spannend, die Frage, lasst uns doch einfach leben, weil diese ganzen Diskussionen darüber, was man jetzt alles nicht machen kann, stehen ja daher, dass aus dem politischen Betrieb die Bedrängnis kommt, so und so und so, lebt ihr aber gefälligst nicht. Aber umgekehrt ist dann die Frage, dafür setzt sich ja die Linke schon immer ein, dass möglichst alles, das heißt das Selbstermächtigung, Ermöglichung, Selbstbefähigung zu allem Möglichen, also das heißt, eine ganz große freie Wahl darüber zu haben, wie er oder sie das Leben einrichten will für sich, ist das denn tatsächlich in den Diskussionen dann auch wirklich so weit, dass in der Gesellschaft die Menschen bereit sind, andere Lebensentwürfe leben zu lassen. Also ganz spontan fällt mir da beispielsweise die Frage der Familie oder Familie als Leitbild oder Patchwork-Familie oder was jetzt so besonders umkämpft ist, in anderen Ländern mehr als in Deutschland, erstaunlicherweise, die Frage der homosexuellen Ehe, fällt mir ein, da sind doch ganz, ganz viele Menschen, die in solchen Demokratiebewegungen sich befinden und aufhalten und sagen, wir möchten gerne, dass die Politik uns nicht reinredet, aber dann, wenn man genau hinschaut, doch immer davon überzeugt, es gibt bessere und schlechtere Lebensentwürfe und ist denn diese Toleranz, die daraus spricht, dass das die Forderung ist nach Toleranz, ist das auch wirklich eine mehrheitsfähige Geschichte, weil es kann zwar sein, dass alle sich darauf einigen können, ich möchte Toleranz für mich, aber jeder Einzelne, der das für sich möchte, hat dann immer die Frage zu stellen, bin ich auch bereit, für alle anderen die gleiche Toleranz zu geben und ich glaube, das ist die spannendste Frage der gesellschaftlichen Entwicklung, ob wir das als Gesellschaft, ob jeder einzelne Mensch das hinkriegt, da bin ich nämlich noch sehr im Zweifel, ob das wirklich klappt. Also ich habe den Eindruck, ich würde mal direkt darauf antworten wollen, dass wir gerade das im Moment nicht haben oder nicht hinbekommen, weil ich sehe es auch gerade in unserer ganzen BGE-Szene und in dieser ganzen Bewegung der Freiheitlichen und so weiter, dass eben halt immer irgendwie dafür gekämpft wird, weil das meine Idee ist eigentlich die richtige und wenn wir alle das so machen, wie ich das für richtig denke, dann ist das im Prinzip prima und richtig und toll und so weiter. Also jetzt hört doch mal alle auf da mit eurem Ding da und so weiter. Also das sehe ich so. Auf der anderen Seite, ich will mal die Piraten ganz kurz mal benennen, ich hatte eine Hoffnung gehabt, dass die Piraten eigentlich erkennen, dass sie nicht als Partei in die Parlamente zieht, sondern dass sie Rahmenbedingungen schafft, um Leute zum Mitmachen zu bewegen. Aber wieder ist genau das andere passiert, ist logisch, sie ist eine freie Partei, eben halt kann von jedem betreten werden und so weiter und jeder denkt eben halt, der muss sich dort nur hocharbeiten sozusagen und kann dann nach unten diktieren, was er für richtig hält, funktioniert nicht, kommt immer diese Schleudersituation sozusagen, zack, guckt da, was ist der rote Knopf dort, drückt drauf und weg ist er. Ja, also das habe ich gerade bei den Piraten eben halt sehr schön beobachten können eben halt. Aber wie gesagt, für mich ist eben halt die Frage eben halt, können wir nicht Rahmenbedingungen schaffen eben halt? Da will ich jetzt, das will ich nochmal aufgreifen und zwar was Olaf Ostertag gerade gesagt hat, das ist ein sehr gutes Beispiel, die homosexuellen Ehe. Also in Frankreich gab es fürchterlich laute, aggressive Demonstrationen, man möchte das nicht. So, jetzt habe ich vor dem Fernseher gesessen und mich gefragt, was geht Heterosexuellen ab, wenn Homosexuelle Ehen eingehen dürfen? Was geht denen ab? Was geht denen verloren? Warum möchte man das nicht? Das heißt, da wurde also im Grunde wieder geschrien, verbietet das, wir möchten das nicht. Das bringt mich zu dem, was ich eingangs gesagt habe, die Leute wollen was vorgesetzt bekommen. In dem Fall haben sie im Grunde mit ihrer Demonstration schreien wollen, verbietet das bitte gesetzlich, das Homosexuelle heiraten. Ja, wir wollen das nicht haben. Okay. Ja, okay, du hast es ja wahrscheinlich mitverfolgt. Ja, ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, also wie soll ich das verstehen, wie soll ich mir das erklären? Ich glaube, das würde ich mir so erklären, dass da noch so ein repressives System eigentlich da funktioniert. Und das repressiviert, also das ist... Nee, ich meinte einfach, dass in dem Moment dann doch wieder, also man will tolerant sein hier und da, aber in dem Moment, wie Olaf richtig sagte, in dem Moment, wo diese Toleranz dann auch wirklich gelebt werden soll, in dem Moment gehen die Leute dann auf die Straße, wir wollen das nicht, wie gesagt, die sollen das nicht, ne, irgendwie, da wird dann wieder ganz klar nach jemandem geschrien, der es verbietet, ne, und verhindert. Aber ich... Ja, man muss mal daran denken, dass es verschiedene Menschen gibt. Es gibt welche, die möchten, was vorgesetzt bekommen und welche eben nicht. Ja, ja, nee, nee, ist schon klar. Und da muss man denken. Das ist schon klar, aber es gibt eben auch die, also wir haben nicht die glücklichen Zustände, dass alle Leute sagen, wir möchten alleine denken, wir möchten alleine unseren Verstand gebrauchen, sondern, ja, wie gesagt, nee, nee, das möchte ich jetzt mal von... Ja, da möchte ich jetzt mal, dass er drauf eingeht, wie wäre das, weil du sagst, hier wirkliche Demokratie und so weiter und so fort, wie werden solche Probleme gehandhabt in dem Moment, wo man den Leuten dann sagt, ja, Leute, hier ist jetzt keiner, der das irgendwie für euch verhindert und bestimmt, ja. Ja, ich denke, über dein Beispiel nochmal nach, in Russland war das, glaube ich. In Frankreich. In Frankreich sogar, ja. In Frankreich sind die Leute auf die Straße gegangen gegen die homosexuellen Ehe. Ja. So, wir hätten jetzt also direkte Demokratie, das heißt, die können jetzt alle an die Wahlurne und dagegen stimmen, da ist aber keiner da oben, der das verbietet, also man muss sich das dann selber erarbeiten, das verstehst du dann unter... Ja, ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, was das für Menschen da gewesen sind, die da hingegangen sind. Also ich... War, ich habe auch, also mich hat das auch sehr befremdet, diese Sache und habe da nochmal nachgelesen, also es waren Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen. eine ungeheuer große Bandbreite von Menschen, was ja auch besonders erstaunlich war, weil sie ja vorher eine Parlamentswahl hatten, wo sie eben eine Mehrheit gewählt hatten, die im Parlament die homosexuellen Ehe legalisiert hat. Und genau dieselben, fast genau dieselben, haben dann gegen diesen Beschluss demonstriert. Okay. Genau, das meine ich und das hat mich sehr befremdet. Kann ich mir ehrlich gar nicht, also ich muss sagen, ich weiß es nicht, ich kann mir das gar nicht erklären, das Phänomen, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht, also wie kommt sowas? Ja gut, aber du bist ja jetzt ein Verfechter, der, so wie ich das verstand, der direkten Demokratie, ne? Nee, also ich, was heißt Verfechter, der direkten, man verwechselt das, also echte Demokratie jetzt, weil das ist ein Slogan, ne? Also es ist wirklich, oder es heißt auch nicht mehr Demokratie, es heißt auch nicht direkte Demokratie, Nee, aber weil du auch eingangs sagte, wir wollen uns zusammensetzen, wir wollen überlegen, was wollen wir, wie wollen wir leben, wie wollen wir es beschließen und so. Dann kommen dann mal wie solche Sachen wieder, man wählt einerseits eine Partei, die dafür ist und dann, wenn sie es auf den Weg bringt, dann will man, dann soll die Partei es wieder verbieten, ne, irgendwie. Was ist da echte Demokratie? Das ist verrückt, ne? Echte Demokratie jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt in Deutschland echte Demokratie jetzt mit Ausrufezeichen dahin schreibe irgendwo, ne, oder rausschreie, dann ist das schon eine, dann ist das schon eine Aufforderung an die anderen, weil genau die Frage kam ja, was ist eigentlich die echte Demokratie? Genau. Genau, und das ist, also für mich ist das eine Frage, also für mich ist das, ich würde das gar nicht, also ich weiß nicht, ich kann das gar nicht beantworten mit diesem Beispiel, was du gesagt hast, weil ich, weil für mich ist es halt eine Frage, ich weiß es nicht, also für mich ist es ein Prozess. Also du lässt alles offen erstmal? Ne, erstmal als Prozess, also ich sage, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was echte Demokratie ist, aber es ist als Ideal da und ich glaube, Ideale sind dazu da, auch Visionen, um sie anzusteuern, aber dass die Praxis dann irgendwann das funktioniert, das ist klar, aber ich finde, ich finde, also wir, also in Deutschland, also ich, die ganze, also wir sind ja so unpolitisch, wirklich, also vor allen Dingen meine Generation oder so viele nach mir, alle sind wirklich extrem unpolitisch und das hat auch einen Grund und deswegen war das ein guter, welchen, ja oder vielleicht mehrere Gründe, ich weiß es nicht, also ich glaube, Welchen Grund hättest du denn bei dir zum Beispiel? Ich würde zum Beispiel sagen, weil Politik echt was anderes ist als Parteien und das, was Parteien machen und die Protagonisten, die politische Elite, die, oder für mich sind das ganze politische, das sind ja gar nicht ein paar tausend Leute sind das, die in den Parteien sind, das sind gar nicht so viele, aber das sind, die machen, die spielen ja, das ist ja ein Theater, die spielen ja das Politische vor und das machen sie ja schon seit, in der Bundesrepublik schon seit einiger Zeit und das ist halt eben aber nicht Politik, Politik ist ja völlig was anderes, Politik ist, dass wir darüber sprechen, wie unser Leben funktioniert und ich will jetzt gar nicht die an den Pranger stellen, die Politiker, die sind alle da irgendwie. aber ich wollte nochmal auf dieses konkrete Beispiel, also das heißt, ich erwarte für mich Toleranz, ich erwarte, dass ich meine Lebensweise ausleben kann und so weiter und so fort, aber der andere soll nicht. So. Ich wähle eine Partei, die dafür steht, dass demokratisch beschlossen wird, dass Toleranz herrscht und so weiter und so fort, wenn es dann aber durchgesetzt wird, dann sollen bestimmte, also nach dem Motto, bestimmte sind dann wieder gleicher als die anderen, dann sollen bestimmte eben doch nicht. Also das ist dann immer, würde ich sagen, ganz großes Problem, echte Demokratie oder direkte Demokratie, da kommen wir dann an dieses Problem, wo ich wieder irgendwie sage, es gibt wieder so viele, die sagen, ich will jemanden, der sich da hinstellt und bestimmt, jetzt nicht, das jetzt nicht. Okay. Ja, aber genau, das ist doch gut, das ist, da machst du Gedanken schon, das ist doch super. Und das war natürlich die Hoffnung von den, von den Leuten auch, die da mitgemacht haben. Das war ja gerade die Hoffnung, genau das, dass die Leute, also das sollte ja auch eigentlich mehr demokratisieren und Demokratisierungsprozesse und Schübe finden auf dieser Ebene statt, nicht auf dieser Politikebene, sondern das normale Leute. Und deswegen haben wir, Michael hat vollkommen recht. Ich würde da richtig mal, ich würde dir mal da helfend zu sprechen wollen, weil bei Juliane merke ich, ist eben halt, sie verbindet mehr Demokratie mit, da sind trotzdem noch welche da oben. Für mich ist mehr Demokratie eben halt wieder, dass das alles in die Regionen zurückfließt, dass regional sozusagen entschieden wird, wie man zu leben hat und Regionen heißt für mich auch Familie, Lebensentwürfe, Lebensgemeinschaften und so weiter und dass es gar keinen Gesetzesapparat darüber gibt, der mir meine Lebensform verbieten kann. Aber Micha, ich stehe jetzt im Moment mal auf der, die Leute wollen es, die Leute wollen jemanden, der sie bestimmt und regiert. Also das würde ich jetzt mal für eine Illusion halten, dass man regional besser zurechtkommt als in der ganz großen Variante. Wir haben jetzt in Berlin beispielsweise dreieinhalb Millionen Menschen. Ich glaube nicht, dass man diese Regionen so kleinteilig aufbauen kann, dass eine Form von gemeinschaftlicher Verabredung nicht getroffen werden kann oder sagen wir mal, dass ich nicht mehr als Mensch was spüre. Wir haben jetzt eine ganz aktuelle Diskussion, die der Rahit Saleh von der SPD im Abgeordnetenhaus aufgemacht hat über den verpflichtenden Besuch von Kindern in Kindertagesstätten, wenn sie den dritten Geburtstag hinter sich haben. Was man sehr wohl einsehen kann, ich hatte selber die Diskussion in einer Schule, wo ganz ein hoher Migrantenanteil gewesen ist und wo die Kinder, die es dann doch irgendwie geschafft hatten, in einem Gymnasium voranzukommen, aber von mir als Linkem gefordert haben, wir wären wesentlich besser vorangekommen, wenn sie, die Politik, die Politiker, unsere Eltern gezwungen hätten, dass sie uns wiederum zwingen, in die Kita zu gehen. Wir sind erst mit 6, 7 in die Grundschule gekommen und hatten fürchterliche Schwierigkeiten. Wären unsere Eltern gezwungen worden, uns mehr der deutschen Gesellschaft auszusetzen, schon wenn wir 3, 4 sind, dann wären wir jetzt weiter. Wir sind von der Politik vernachlässigt worden, beziehungsweise die Politik hat es nicht geschafft und zu Recht verweist die CDU darauf, sie darf das auch gar nicht, unsere Eltern zu zwingen, etwas zu tun, was unsere Eltern mit uns nicht wollen. Und das ist eine Frage, die kriegst du in Berlin nicht geklärt, die kriegst du in Deutschland nicht geklärt, die kriegst du aber auch in einer Kommune von 100 Mitgliedern nicht geklärt. Weil du so eine grundsätzliche philosophische Frage daraus machen musst, was dürfen Eltern, was müssen Eltern, was muss die Gemeinschaft im Zweifelsfall tun, wenn die Eltern das nicht tun, was den Kindern gut tut. Und aber wie wenig darf die Gemeinschaft eintreten, weil die meisten Eltern möchten ja bitte schon die Gemeinschaft nicht spüren, in der Art und Weise, wie sie ihre Kinder aufziehen. Aber die Gesellschaft sich das Recht zu bestimmen, was das Richtige ist. Das ist die andere Position. Es gibt Leute, die da sagen, es gibt das Richtige für die Kinder, es gibt Leute, die sagen, es gibt das Richtige für die Eltern und es gibt einen direkten Interessenkonflikt zwischen Kindern und Eltern. Wer entscheidet den? Die Kinder sind automatisch die Schwächeren. Also wenn die Eltern möglicherweise etwas tun, was den Kindern schadet, müssen andere eingreifen, die mit Eltern und Kindern in diesem konkreten Fall mit der Familie nichts zu tun haben. Also steht die Familie quasi unter einer Art von gesellschaftlicher Kontrolle. Sie tut das nur dann nicht, wenn nur diese eine Familie in irgendeinem abgeschiedenen Bergdorf mit niemand sonst lebt. Nur dann haben die Kinder quasi immer den Kürzeren gezogen. Also ist doch am Ende, mein Erich hat doch sozusagen immer nur das Beste für mich gewollt. Nein, Micha, jetzt keine Trotzigkeiten. Also wir hören... Micha hat eigentlich gewollt, das sehe ich genauso. Also ich bin ja nicht unter Erich groß geworden. Ich vertrete aber doch, wie gesagt, ich sage es jetzt noch mal, die Meinung, die Leute wollen, oder viele Leute wollen einfach, dass jemand ihnen sagt, was sie zu tun haben. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, das ist jetzt gar nicht das Thema. Ich beobachte das eben nur. Und ich befürchte, und deshalb ja auch noch mal meine Frage an Jarek, ich befürchte, dass viele Leute mit dieser unendlichen Freiheit nicht so recht umzugehen müssen. Wollen wir mal den Veit machen, weil der sitzt schon hier die ganze Zeit über... Aber wenn dann eine Frage an den Jarek, oder... Veit? Ja, ähm... Gebt ihr das Mikrofon nicht in die Hand. Oh, heute nicht. Ja, Veit Pakula vom Netzwerk Grundeinkommen. Also zu diesen Zwängen, da stimme ich Rolf zu, dass es Menschen gibt, die gezwungen werden wollen sogar, und Menschen gibt, die jetzt Freistücke, die wissen, mit der Freiheit umzugehen, weil es gibt unendlich viele Möglichkeiten, es gibt viele Möglichkeiten, sich zu verwirklichen. Man muss wissen, wie, und man muss das verfolgen, und so weiter. Aber ich mache mit Zwängen keine gute Erfahrung. Also ich bin kein Typ, der keine Zwänge verträgt, und wenn mich jemand versucht zu zwingen, dann hat er eigentlich die maximale Gegenwehr von mir, was das Jobcenter Panko immer wieder spürt. Und so zwingend versuchen wir uns da gegenseitig zu was zu zwingen. Ich zwinge die Sachbearbeiter da auch zu etwas, was sie nicht wollen. Also diese Scheißarbeit, die ich ihnen teilweise mache da, das wollen die auch nicht. Ich will es auch nicht, und können wir eigentlich mal einander in Ruhe lassen. Ich frage sie wirklich direkt mittlerweile. Und dieses, warum jemand zwingen, der nicht gezwungen werden will, und der die maximale Gegenwehr leistet. Naja, ob das... Auch eine Frage von Toleranz, weil das heißt für mich auch, dass die Leute, die sich etwas nicht gefallen lassen wollen, es auch den anderen zeigen, aber möglichst ohne die anderen dabei eben zu sehr an ihren Freiheiten zu beschränken. Also das ist meine Freiheit nicht zu sehr. Naja, aber wir sind ja jetzt bei dem Thema, wie wollen wir leben. Das ist ja so vor der Wahl unser Thema. Und da sage ich, ich persönlich, obwohl das hier nicht hingehört, bin natürlich auch eine große Freundin von Selbstbestimmung und Freiheit. Und ich mag das auch nicht, wenn mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Aber ich beobachte eben immer wieder, dass bestimmte Systeme, Gruppierungen, Initiativen da dran zugrunde gehen, weil die Leute eben nicht selber wissen, was sie zu tun haben und was sie dann auch wirklich tun müssen, das hat jetzt überhaupt nicht mit Zwang zu tun, sondern tun müssen, damit die Sache läuft. Und das ist ein Problem, finde ich. Okay. Okay. Das ist ja deine Wahrnehmung, ist ja auch okay. Ich glaube, ich finde immer so schwierig, weil heutzutage auch zum Beispiel solche Experimente zum Grundeinkommen zum Beispiel finde ich äußerst schwierig oder finde ich überhaupt nicht gut, weil wir leben in einer Sozialpsychologie, die auf dieser Erwerbsarbeit basiert. Und deswegen jedes Experiment, egal wie lange und mit wem, wird immer in dieser Sozialpsychologie, in der wir leben, stattfinden. Kein Mensch wird wirklich dann in dieser Zeit das tun, was er wirklich mit einem Grundeinkommen machen würde. Und zum Beispiel solche Probleme, dieses, deswegen, ich glaube, wir heute beurteilen solche Fragen der Freiheit zum Beispiel auch aus unserer heutigen Sicht. Wir haben zum Beispiel, das schon zum Beispiel im Kopf eine bestimmte Theologie gehabt, die da stattfinden muss. Also da gab es bei dir jetzt gerade in dem Beispiel, hast du ja schon irgendwie, da gab es eine Aufgabe, die erledigt werden muss und da muss man dran arbeiten und da gibt es irgendwie Leute, die wissen, die was tun sollen. Das ist eine Theologie. Nein, 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 ich will das nochmal genauer klären. Also weil du mit der Aufgabe, das ist interessant, also es gibt ja auch in Initiativen, die keinen Chef haben oder also in Gruppierungen gibt es Aufgaben, die müssen erledigt werden. so, wer macht das jetzt, wenn ich sage, ja, wer will mir hier was sagen und so, das setzt also voraus, die Leute sind so selbstverantwortlich, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Ohne dass ihnen das jemand von oben sagt. Das ist für mich ein Idealfall, aber ich merke immer wieder, weil ich bin auch erfahren in Initiativarbeit und so weiter und so fort, ich merke immer wieder, die Leute können es nicht, wenn ihnen niemand sagt, du hast jetzt das und das zu tun. Ich glaube, das trifft zu auf viele, auf die, auf viele so, also auf viele Initiativen, die, 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 die so ehrenamtlich passieren, zum Beispiel vor allen Dingen. Ich glaube, da findet sehr oft so was. Ich gehe jetzt so von der Politik oder gut. Okay. Lenin sagt, Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Auch darauf könnte man ja mal da andenken, Juliane. Gut, ganz kurz, wenn ich das einwerfen darf, das sieht man doch an der Radiosendung, die wir hier gerade produzieren, die wir hier sind, haben vorher Verabredungen getroffen, die wir alle eingehalten haben. Die Kamera, die jetzt nicht hier ist und uns nicht aufzeichnet, damit wir es jetzt nicht ins Internet stellen können, die hat eine Verabredung nicht eingehalten. Das heißt also, es wird immer irgendwas schief gehen und das wird es aber auch mit Chef. Also das ist, wahrscheinlich ist das alles ein viel zu großer Popanz. Sind wir selbst organisiert oder sind wir hierarchisch organisiert? Irgendwas geht doch immer schief. Ja, das ist schon so, aber es war jetzt auch grundsätzlich. Jeder kann sich doch jemand suchen, der ihn zwingt. Also ich kann mir doch jemand, ich kann doch ein Gespür dafür und weggehalten für Chefs, die mich zu etwas zwingen. Das ist ein Satz aus dem Schauspielerbereich. Das haben wir immer gesagt. Die einzige freie Wahl, die ein Schauspieler hat, ist, welchen Regisseur sucht er sich aus, der ihn dann zwingt. Oder er spielt Impro-Theater. Er spielt Impro-Theater, das ist ein bisschen freier. Es gibt ja auch Alternativen, glaube ich, mittlerweile in der Branche. Jedenfalls, ich kann doch genug Toleranz von den anderen erwarten, dass sie den Staat nicht beauftragen, mich zu zwingen. Weil wenn sie selber Zwang brauchen, dann können sie sich den doch suchen. Und warum sollen sie es auf mich übertragen? Veit, das ist alles okay. Und wie gesagt, ich missgönne dir natürlich auch nicht deine Freiheitsliebe. Im Gegenteil. Aber es geht ja um etwas anderes. Es geht ja darum, aber das sprechen wir nach der Musik weiter, weil das ging jetzt auch schon hitzig her. Wir müssen uns jetzt erst mal wieder sammeln, machen dafür eine Musik und kommen gleich noch mal aufs Thema zurück, Leute. Wir sind am Ziel. Maschinen erarbeiten unser Einkommen und stellen uns für soziale sowie kulturelle Arbeit frei. Der BGE-Papst informiert, diskutiert und beantwortet Fragen rund um das Thema des bedingungslosen Grundeinkommens. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de. Das bedingungslose Grundeinkommen, kurz BGE, bedeutet, dass jeder Bürger ein garantiertes monatliches Einkommen als Existenzgeld erhält. Die Sendung will Menschen über das BGE aufklären und dazu anregen, sich mit diesem innovativen Thema zu beschäftigen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.bge-film.de und www.bge-archiv.de Der BGE-Papst jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 16 bis 18 Uhr auf rockradio.de Das ist doch so schön, wenn man aus einer Sauna sendet. Hallo, herzlich willkommen. Noch einmal seht ihr beim BGE-Papst seine Scheinheiligkeit predigt das bedingungslose Grundeinkommen. Heute wieder aus der Abbaubar, aus der Sozialbahn Zentrum Danziger Straße 50. Wir machen mit der heißen Diskussion jetzt weiter oder nicht weiter, Juliane? Wir haben das jetzt mal so ein bisschen abgewürgt, weil wir haben ja heute ein Thema, wir wollen einmal hören, warum sollen wir die Linke wählen, wenn wir fürs Grundeinkommen sind und wir möchten gern wissen, was passiert da am 14.9. und da haben wir den Jarek eingeladen und der wird uns das jetzt erzählen. Ja, genau, am 14. September, eine Woche vor der Bundestagswahl, wollen wir das Grundeinkommen in den politischen Raum tragen und zwar wollen wir eine Demonstration machen. Wir treffen uns am Neptunbrunnen um 13 Uhr und wollen dann zur Schweizer Botschaft gehen, weil die Diskussion in der Grundeinkommensbewegung natürlich klar ist. Also die Schweizer haben ja da eine Volksinitiative oder sind dabei, sie zu initiieren, haben die Unterschriften zusammengesammelt und die wird es auch geben und das Allerwichtigste ist natürlich die Debatte. Wann passiert das genau? Gibt es da schon einen ungefähren Termin? Ich glaube, also jetzt ist die Sammlung dran, aber ich glaube, dieser Volksentscheid selber, der findet, glaube ich, erst 2016 statt oder ein paar Jahre später, aber wichtig ist natürlich die Debatte um das Grundeinkommen. Wenn ihr es genau, relativ genau wissen wollt, über 110.000 von geforderten 100.000 Unterschriften, hat die Volksinitiative und initiiert damit einen Volksentscheid, wie du sagst, je nach Organisation und nach politischen Begebenheiten und so weiter, kann das mehrere Jahre in Anspruch nehmen, bis es tatsächlich zum Volksentscheid kommt. Aber es ist zumindest sicher, dass es dazu kommt. Ich denke schon, also die wollen ja noch, ich glaube in der Schweiz wollen sie 130, weil dann ist eine, es gibt so eine Grauzone, also wenn man 100 schon hat, ist es yeah, wir haben schon, aber man hat immer noch so ein bisschen, vielleicht sind ein paar Ungültige dabei und deswegen sagt man sich, okay, 130 für das Ziel, dann sind wir hundertprozentig sicher, aber jetzt im Grunde genommen weiß man, das wird stattfinden und das Allerwichtigste ist und das betont auch zum Beispiel Daniel Haini, ist natürlich die Debatte, die da stattfindet bis dahin und das ist, glaube ich auch, wo wir auch hier in Deutschland davon, oder irgendwie, oder diese Debatte sollten wir auch hier in Deutschland noch weiterführen. Das heißt, es ist also eine positive Sache, dass es nicht gleich passiert, man hat also jetzt doch noch Zeit, die Leute genau aufzuklären, worüber wird da überhaupt abgestimmt. Genau, also genau, ja genau, also und vor allen Dingen ist Abstimmung, das Wort abstimmen ist wichtig, das finde ich betont auch Daniel, finde ich auch wirklich nachdenkenswert, nicht Entscheid, sondern Abstimmung ist es, also man stimmt sich ab, das heißt, man kommt vielleicht erst mal zu der Entscheidung, okay, jetzt noch nicht, aber genau das ist der demokratische Prozess zum Beispiel und das ist, also ich finde, ich beneide so ein bisschen auf die Schweiz, ehrlich gesagt, dass es da so eine Möglichkeit gibt, haben wir hier nicht und alle möglichen Gründe sprechen dafür, deswegen finde ich auch die Demokratie, also die direkte Demokratie, auch doch als Teil zum Beispiel, auch sehr interessant in der Diskussion, dass man Grundeinkommen sagt, ich bin zum Beispiel überhaupt keine Partei, also ich bin überhaupt nicht parteiorganisiert oder sowas, aber mir ist diese Debatte sehr wichtig und genauso wie Michael deswegen auch sagt, das wäre zum Beispiel Demokratie von unten für ihn und ich kann wirklich ganz, ganz nachvollziehen, glaube ich, was er damit meint, weil nämlich dann diese Debatte wirklich kommt und die Leute dann auch wirklich, wenn sie merken, es geht um ihr Leben, also nicht um ihr Leben, sondern um ihre Gestaltung des Lebens, dann werden sie auf jeden Fall dabei sein, aber heutzutage in der politischen Szene, da merken die Leute, es geht nur darum, dass ich da irgendwann mal am Ende so und so irgendwie ja, nein oder keine Ahnung, aber es geht nicht um mein Leben und das ist zum Beispiel in der Schweiz und ich bin da wirklich schon seit langer Zeit am Beobachten, was da passiert und bin auch höher, was die so machen und wie das funktioniert mit der Initiative in der Schweiz, ich bin wirklich neidisch, dass es hier so in Deutschland sowas nicht gibt, weil es eben wirklich sowas wäre, das ist wirklich sowas wie auch in der, das ist schon eine Art, um etwas zu verändern, glaube ich, wirklich, um das eigene Leben zu verändern und ich glaube, in den Demonstrationen, ich habe früher keine Demonstrationen gemacht, ich bin auch früher zu keiner Demonstrationen gegangen, ich bin nicht der klassische Demonstrationsgänger, aber ich dachte, dafür müssen wir was machen, da muss irgendwas stattfinden, damit wir sagen, in diesem politischen Raum, Bundestagswahl und so und Michael kritisiert das auch zu Recht, finde ich, dass man halt eben, wieso die Bundestagswahlen unterstützen und so, also ich bin eigentlich auch, ich komme, glaube ich, eher auch aus so einer Haltung wie Michael, wo ich dann glaube, Parteien, ich glaube nicht, dass sie was verändern sollen, aber ich glaube, da sind viele Befürworter aus unterschiedlichen Richtungen, aus unterschiedlichen Parteien, auch Nicht-Parteien und so weiter und ich glaube, wichtig wäre doch, dass wir alle da zusammenkommen und einfach das so als großes Thema machen, also vor allen Dingen für mich wichtig, dass wir die Idee leben, also ich glaube, eine Idee zu leben, das ist, glaube ich, der erste Schritt zur Veränderung. Vor allem würde ich mal sagen, schwappt das ja auf Deutschland über, sagen wir mal, hypothetisch, die beschließen 2016, es soll ein Grundeinkommen in der Schweiz geben, also ich würde mal sagen, das schwappt sofort auf alle anderen nordeuropäischen Länder zumindest über und dann wird die Diskussion natürlich auch hier beginnen. Na klar, Sozialversicherungspflichtige, also die Sozialversicherungspflicht zum Beispiel, damals wäre auch so ein Beispiel von Bismarck, oder er hat es ja eingeführt aus, weil die Linken, glaube ich, da auch, also die Linken waren ja so stark, oder er hat es ja nicht eingeführt, glaube ich, weil er ein Gutmensch war. Schön, dass man endlich mal die Traditionslinie von der SPD damals zur Linken heute zieht, das ist ja, sonst wird es uns ja meistens abgesprochen, dass wir da auch schon dabei gewesen sind, aber ich nehme das jetzt mal gerne an. Deshalb habe ich jetzt das Mikro mal weitergereicht. Wenn man das so sagt, also ich bin ja kein, also ich kenne mich da nicht in der Geschichte so gut aus, aber ich weiß, dass er das nicht als gut, weil er ein Gutmensch war, eingeführt hat, aber das war auch trotzdem so eine Sache, die sich dann plötzlich auch in den anderen Ländern verbreitet hat, hier in Europa zumindest, und das ist halt eben genauso, wie du sagst, die Hoffnung und ich finde, also, auch die Frage, was kann man tun, um damit die Idee da irgendwo, und das ist wirklich wichtig für mich, absolut wichtige Idee, dann sage ich, okay, da müssen wir sie leben und dann frage ich mich und Michael hat sich auch gefragt und Michael hat gesagt, okay, dann mache ich das und das ist auch richtig so, dass er sagt so, ich mache den Papst oder ich mache zum Beispiel eine Demo, also er hat eine andere Demo da im Kopf gehabt und ich finde, es ist genau die richtige Frage, dass man sagt, okay, wie mache ich jetzt etwas, was mache ich, damit die Idee lebt, so, das ist, finde ich, die wichtigste Frage, die wir uns stellen können, weil wenn wir sie am Leben halten, dann passiert was. Lass mich mal kurz auf diesen Punkt mit meiner Kritik eben halt rangehen, weil ich habe ein bisschen das Problem eben halt, weil diese Demo eben halt eine Woche vor der Bundestagswahl stattfindet und Wähler nicht mehr genug Zeit haben eigentlich, wenn sie damit neu konfrontiert werden eben halt, ja, dann sehe ich eben halt, das Ganze findet im Regierungsviertel statt eben halt, für mich, für mehr Demokratie, der völlig falsche Platz sozusagen, weil da erreichst du keine Menschen eben halt, meine Meinung eben halt wieder und eben halt, okay, das mit der Schweiz und so weiter ist auch ganz toll, aber das sind alles Protagonisten, die sich schon fürs Grundeinkommen einsetzen und ich sehe es bei, wir haben ja diese Plattform, Grundeinkommen ist wählbar, die wird vom Netzwerk Grundeinkommen zur Verfügung gestellt und ich erlaube mir da die Daten einzuflegen und habe jetzt mit Erschrecken festgestellt, wir haben dort zwei parteilose Direktkandidaten drinne. Wir haben endlos viele jetzt Piratenmitglieder natürlich drinne, klar, die können auch richtig, wir haben einige Linke und wir haben einige Grüne drinne eben halt, aber nur zwei, die sich parteilos für das Grundeinkommen sozusagen zur Wahl stellen. Und das finde ich schade eben halt, weil diese Gruppe eigentlich, also die, die parteilos agieren, die bräuchten eigentlich einen Haufen Unterstützung, weil die bleiben bis zur Wahl auf der Strecke, weil es ist nun mal nicht leicht, die Unterschriften zusammenzukriegen, Geld für Werbung und, und, und. Und das finde ich so schade eigentlich. Ja, meine Frage an Jarek, hast du die eingeladen, hast du die angesprochen, was die Demo angeht? Ja, ich habe alle angesprochen, die da eigentlich, also ich spreche immer noch alle an, die da irgendwas damit zu tun haben, weil ich finde, also wir müssen auch ein bisschen auch lernen von den anderen, also weil wir so Neulinge sind, Neulinge sind auch in den Bereichen. Und da ist es, ich habe gelernt, es ist wichtig, dass man A nicht spaltet zum Beispiel und dass man B einen Minimalkonsens findet für sowas. Und der Minimalkonsens zum Beispiel auch in der BGE-Szene ist ja auch gar nicht so einfach, weil da gibt es auch unsichtliche Vorstellungen und so weiter. Und ich spreche alle an, die sich damit identifizieren, dass ein Grundeinkommen ein Menschenrecht ist. Also das nochmal ganz klar, Direktkandidaten, parteilose auch können zur Demo kommen und dort auch sprechen, weil wir haben ja, das kann ich jetzt mal vorausschicken, wir haben ja schon geplant, dass die Auftaktkundgebung, da sollen eben Politiker sprechen fürs BGE. Das heißt aber, es können auch parteilose sprechen fürs BGE. Habe ich das richtig verstanden? Genau und richtig. Und da will ich mich auch am Bieg zeigen, auch in Richtung Michael gucken, weil ich selber, muss ich dir ehrlich sagen, ich finde zum Beispiel die Gedanken von Simone Weil sehr interessant, die nämlich auch sehr gegen das, gegen den parlamentarischen, also gegen den Parlamentarismus, darf man das so sagen? Ich bin politisch unerfahren. Aber zumindest dagegen spricht und so und aus guten Gründen und sie nennt auch gute Gründe, warum man irgendwann mal, sie sagt nämlich, dass man irgendwann mal nicht mehr das Gute verfolgt und wirklich das, was man meint. Und das ist das, was bei dir in deiner Kritik richtig steckt und das muss man immer eigentlich hervorheben, dass genau was sie sagt, dass sobald du irgendwo politisch aktiv wirst in der Partei, bist du parteiisch und du wirst irgendwann mal dafür sorgen, dass der Partei gut geht. Und irgendwann mal verlierst du das Gute aus den Augen. Das ist Kritik an die Parteien, aber nicht an dich persönlich, das hat ja nichts mit der Linken zu tun, grundsätzlich per se mit der Politik, mit Parteien. Und Simone Weil kritisiert das so und ich finde, das ist berechtigt, das heutzutage vor allen Dingen so zu sagen, wenn man fragt, warum sind die Menschen oder warum sind viele Menschen Politik verdrossen, so nennt man das. Ich nenne das nicht so. Das ist ja auch schon wieder eine Kategorie. Aber warum gibt es so was, dass die Leute gar nicht hingehen? Parteiverdrossen könnte man sagen. Genau, dann gibt es zum Beispiel die Abwandlung parteiverdrossen. Warum ist das so? Und das sage ich aus meiner Erfahrung, dass das halt eben irgendwas damit zu tun hat, dass halt eben Politik nicht da stattfinden sollte. Und da haben wir, glaube ich, als normale Menschen da viel in der Hand, dass Politik findet nicht da statt, sondern Politik findet hier statt und überall. Wir sind eigentlich bei der Demo, aber wollen trotzdem zu dem Punkt Olaf Ostertag mal eben hören. Ich habe nicht da jetzt mal versucht einzumischen, weil es doch grundsätzlich um die Frage geht, weil da kam jetzt ein Satz vor, da muss ich einfach eingreifen. Wenn man parteiisch ist, verliert man das Gute aus dem Augen. Ich glaube, das ist ein grundsätzlicher logischer Fehler. Man kann, wenn man sich überhaupt dafür entschieden hat, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, nicht ausweichend parteiisch zu sein. Ich glaube, diese Vorstellung, dass in eine Partei gehen, du gibst dann deine Meinung quasi an der Türklinke ab, dass das eine grundsätzlich falsche Vorstellung ist von Parteien generell. Und da meine ich jetzt nicht mich persönlich und nicht die Linke speziell als Partei, sondern ich meine grundsätzlich die Frage, wenn sich Menschen in Parteien organisieren. Es ist auch nur eine Organisationsform unter vielen. Es wird jetzt auch immer so gesagt, gerade dort findet das ganz große Böse statt. Das könnte aber damit zu tun haben, dass die Parteien heutzutage keine Bindungskraft mehr haben in die breite Bevölkerung. Es gab mal Volksparteien, hat es geheißen, die hatten über eine Million Mitglieder, manche zwei Millionen, manche sogar 2,6 Millionen. Aber diese Dimensionen hat es nicht mehr erreicht seit langem. Es gibt also wirklich nur noch ein paar wenige Leute, die dann wirklich aktiv sagen, ich möchte via Partei Einfluss nehmen. Die meisten Menschen sagen, das ist alles grundsätzlich dieses politische Lied, garstig Lied. Ich will auf keinen Fall via Partei Einfluss nehmen. Aber dann stellen sie fest, ich will aber Einfluss nehmen. Also muss ich was machen. Also muss ich andere Leute finden, die mit mir Einfluss nehmen wollen. Also muss ich mich organisieren. Jetzt war gerade die Frage nach dem Einzelkandidaten für die Bundestagswahl, der in einem Wahlkreis sich hat aufstellen lassen. Der bräuchte aber Unterstützung. Der bräuchte Leute, die für ihn Unterschriften sammeln. Der bräuchte einen Apparat. Er bräuchte, ich sage es mal ganz böse, eine Partei. Und dann hat er wieder den Status als Parteiloser verloren. Ich glaube, es ist die grundsätzliche Frage, dass sich organisieren müssen. Und da kann man auch Parteien als Strukturen entdämonisieren. Ja genau, ich will sie gar nicht dämonisieren, weil ich meine, es ist ja auch nicht mein Anliegen, da irgendwo das eine gegen das andere auszuspielen. Wir denken ja immer so ganz schnell, ganz oft immer, dass wir es gegeneinander ausspielen. Das will ich gar nicht. Aber ich glaube, für meinen Anliegen ist ja halt eben, dass ich mir sage, okay, ich bin ja ein politisch denkender Mensch oder ich bin politisch. Aber ich will, also ich, wie soll ich sagen, also, aber ich glaube, Komm noch mal drauf, wie du die Leute bei deiner Demo einbinden willst und zwar alle, nicht nur Parteien, sondern wirklich auch Direktkandidaten, parteilose Leute. Wie willst du die einbinden? Wie sprichst du die an? Naja genau, also ich muss sagen, ich bin ja nicht der große Organisator oder sowas, sondern also klar, ich bin ja, ich bin schon die Person, die das macht, aber ich sehe mich halt eben, das soll ja nicht meine Demo sein, sondern halt eben von allen. Und deswegen, Gut, aber einer muss ja, muss, komm ich wieder, wollen wir jetzt nicht wieder drauf eingehen, aber einer muss ja das Hauptkommando haben. Okay, wenn du so denkst, okay, also meine Erfahrung ist halt eben bis jetzt die gewesen, dass ich eigentlich mit den Leuten gesprochen habe, die da aktiv sind und die angesprochen habe, erst mal so ganz normal mich mit denen getroffen habe und dann habe ich heraushören wollen, ob die da sich irgendwie beteiligen wollen oder nicht und dann ist das halt eben so entstanden und für mich ist das so ein Bouquet, was so gerade entsteht und nicht, wo ich dann sage, ja du bist dabei, du bist nach meinem Dünken, also ich bin ja nicht, deswegen, mir ist das wichtig, nicht ich bestimme, was Grundeinkommen ist oder wer das wichtig ist, sondern es entsteht da so, es ist ein Prozess und dann frage ich den, willst du mitmachen? Dann sagt er, okay, super, perfekt, was willst du machen? Dann macht er das und so. Genau, das meine ich. Natürlich gibt es eine Seite im politischen Spektrum, mit dem überhaupt nicht geht, also ich fädele dann meine rechte Hand hier in der Luft, das sieht man nicht. Wir verstehen dich. Genau, aber da würde ich, also überhaupt nicht, das passt ja auch mit dem Grundeinkommen gar nicht als Menschenrecht, das geht ja gar nicht, aber letzten Endes und obwohl ich zum Beispiel nicht irgendwo in der Partei organisiert bin, obwohl ich auch ein bisschen parteiskeptisch bin, gehören ja die trotzdem ja dazu, weil die ja auch irgendwas bewirken in den Parteien oder irgendwo in den Parteien da. Die Diskussion ist ja so breit, das passiert ja überall, auch in den Piraten, bei den Piraten, bei den Linken und wieso sollten die nicht dabei sein? Also obwohl ich natürlich da skeptisch bin, sage ich mir selber, du, das ist nicht das, was du machst, willst, soll da passieren, sondern da gibt es eine Debatte, die überall stattfindet und die sollen doch alle zusammenkommen. Also es ist ganz, es ist ganz breit gefächert, es sollen sowohl Parteien zu Worte kommen, aber auch beispielsweise der oder die Hartz-IV-Betroffene, die fürs Grundeinkommen ist, also es sollen sich alle bei dir melden und einbringen, ist das richtig? Ja genau, also genau, erst mal melden und dann gucken wir, wie wir das machen können, einbauen können. Und da kann ich dann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern und die hierarchische Organisation einer Partei dagegen halten. Ich bin nebenbei auch noch Landessprecher der LAG Bedingungsloses Grundeinkommen Berlin innerhalb der linken Berlin und ich habe ja mehr oder weniger klare Arbeitsvorgaben bekommen von den Leuten, die vielleicht mit dir gesprochen haben, die haben dann die BAG Grundeinkommen, die Bundesebene, dieser Arbeitsgemeinschaft informiert, die muss sich darum kümmern, dass ihr eine Referentin kriegt beziehungsweise also eine Wortmeldung von den Linken auf dieser Demo und wir als LAG Berlin, wir müssen uns darum kümmern, dass da möglichst viele Leute sind und dass wir ein Transparent haben und dass wir sonst irgendwie auffallen und das ist eine strikte, klare Arbeitseinweisung. Das heißt also, ich bin für ganz bestimmte Dinge verantwortlich, die man mir vorgeknallt hat und die muss ich jetzt abarbeiten. Das ist die gegenteilige Sache, aber auch das funktioniert mehr oder weniger schlecht oder gut. Ist aber so, dass ich dann genau weiß, ich habe bestimmte Verantwortlichkeiten und die muss ich jetzt irgendwann mal mit einem Häkchen dran dir dann wieder weitersagen. Und das ist eine ganz andere Art zu arbeiten, aber hoffentlich kommt irgendwann gemeinsam was raus dabei. Fühlst du dich da reglementiert, Olaf? Das sind so Selbstverständlichkeiten, auf die man sich eingelassen hat, wenn man in einer Partei ist. Dann sagt man, sowas organisiert man halt, auch wenn man es selber nicht erfunden hat. Das wollte ich hören. Wollen wir eine Musik machen oder wollen wir weiter? Ich wollte gerade sagen, der Stamm ist ältest, du sagst, wir machen jetzt eine Musik. Okay. Ich hoch, so der Musiktitel, das passt ja dann auch zum Chef nicht wirklich nach oben. Ihr seid immer noch hier auf rockradio.de, seine Feinheitlichkeit der BGI-Papst predigt das bedingungslose Grundeinkommen auch heute wieder bei herrlichem Wetter in Saunastimmung aus der Lanziger 50, aus der Abbaubar. Juliane, und wir haben den letzten Redeblock für heute. Genau, aber ich wollte vorher noch mal eine kleine kurze Ansage machen, und zwar, wir haben ja sonst den Klaus, der mitfilmt. Das ist heute nicht der Fall. Heute könnt ihr aber trotzdem die Sendung, die Diskussion zwischen uns noch mal wiederhören oder noch mal nachhören, wie auch immer, die wird als Hördatei, als auf Neudeutsch, auf Neudeutsch heißt das ja Podcast. Okay, gut. Wird sie reingestellt und dann könnt ihr euch die Diskussion noch mal anhören und ich komme jetzt zu dem Jarek noch mal und zwar noch mal ganz klar, wie kann man sich bei dir oder wie kann man sich einbringen, wo kann man sich melden und kann jeder einfach zu der Demo hinkommen, bitte noch mal ganz klare. Genau, natürlich. Also alle sind eingeladen, zur Demonstration zu kommen. Alle, die dem Slogan zustimmen, Grundeinkommen ist ein Menschenrecht und da sehe ich aber in der Parteilandschaft einige ausgeschlossen, aber da brauchen wir gar nicht darüber zu sprechen, weil ein Menschenrecht ist halt ein Menschenrecht und ist nicht an eine Gruppe, irgendwie Nationalgruppe oder sonst irgendwas gebunden und da sind natürlich alle herzlich angeladen. Wenn sich jemand einbringen will, immer gerne, also es gibt zum Beispiel eine Band, die uns eine Bühne anbietet oder beziehungsweise eine Band, die da mitspielen will aber das müssen wir noch, Berluck heißt die Band zum Beispiel, die haben uns angeboten, wollen eine Bühne aufstellen, wollen da spielen und dann dürfen wir halt eben oder beziehungsweise wir sind dann landen bei der Bühne, aber das ist noch alles aus dem Nähkästchen geplaudert, weil wir müssen das jetzt erstmal Aber wo kann man sich melden, wenn man mitmachen will? Genau, am besten die Seite Grundeinkommens ist ein menschenrecht.blogspot.de aber am besten googeln nach Grundeinkommens ist ein menschenrecht und dann kommt man schon auf die Seite das ist der beste und da gibt es halt einen Kontakt über das Kontaktformular kann man einfach schreiben und dann wird das natürlich auch von mir und von einigen noch weiter gelesen und dann wird das auch wahrgenommen. Also nochmal wo? Das war jetzt ein bisschen still für mich. Ja, am besten der beste Weg ist man googelt nach Grundeinkommens ist ein menschenrecht und dann ist das Das gibt man oben in die Google-Maske ein und da kommt man automatisch auf eure Demo-Website Auf die Website kommt ein Grundeinkommens Man kann aber auch bestimmt andere Suchmaschinen benutzen Man kann auch andere Suchmaschinen benutzen Gut, dass du das sagst, Micha Ja, ja Gut, also dann könnt ihr wenn ihr eine Idee habt für den 14.9., wenn ihr Musik machen wollt ich habe gerade gehört wir suchen speziell es werden speziell noch Leute gesucht die singen können Genau, sehr wichtiges Anliegen wir haben ja wir stehen ja in Gesprächen mit Bernadette Hengst zum Beispiel die gerade auch unterwegs ist und wir haben da eine Idee und sie würde natürlich auch mitmachen aber da müssen auch dieser Chor Grundeinkommens das gab ja so eine Aktion von ihr da brauchen wir für diesen Chor brauchen wir noch Sänger und sie wird auftreten aber wenn wir ganz viele Sänger mit Sänger bekommen und dafür dafür müssen wir uns einsetzen dass wir da möglichst viele Sänger kriegen Also Leute, wenn ihr singen könnt geht auf die Seite meldet euch unter dem Kontakt fällt und sprecht das ab wie ihr da euch einbringen könnt und wenn ihr gar nichts machen wollt könnt ihr einfach kommen und mitlaufen an dem Tag Genau und am besten Plakat machen und das Grundeinkommen ist ja ein positiver also etwas Positives das finde ich immer sehr wichtig weil ich wie gesagt ich bin früher nie zu Demos gegangen weil es immer gegen irgendwas war aber früher zieht mich an und ich glaube auch viele andere Leute und so etwas Positives und Fröhliches und das wäre super wenn viele Leute einfach fröhliche Plakate machen würden und auch es geht um die Fröhlichkeit dass man die Fröhlichkeit auch da bei der ganzen Demonstration mit behält finde ich sehr wichtig und genau deswegen wenn kommen also auch ohne aber natürlich super wäre es mit einem Plakat das wäre auch perfekt 14. September um 13 Uhr am Neptunbrunnen da geht es los genau okay prima dann kommen wir noch mal zu unserem Gast Olaf Ostertag der ist von der Linken hier und zwar ist der in der Linken unter anderem für das BGE zuständig ich habe mitgegründet die BRG Grundeinkommen die Bundesarbeitsgemeinschaft die sich damit beschäftigt dass das bedingungslose Grundeinkommen ein linkes Thema ist wir haben wie gesagt ein sehr ausgefeiltes Modell und deswegen sind wir auch in der Grundeinkommensszene denke ich mal einer von den eine von den Gruppierungen die deutlich beachtet wird auch wenn dann gesagt wird ja aber ihr seid ja bloß eine Arbeitsgemeinschaft und die Linke als Partei ist ja nicht für das bedingungslose Grundeinkommen ich darf das noch mal irgendwie so aus Wählersicht sagen also sagen wir jetzt mal ist jetzt rein hypothetisch die Linke würde die Wahl gewinnen es ist jetzt wie gesagt hypothetisch so die Linke würde den Bundeskanzler stellen das heißt könnte man dann davon ausgehen dass im Laufe des im Laufe der nächsten vier Jahre ein Grundeinkommen eingeführt wird in Berlin ist jetzt so eine doofe Frage oder wie soll man sich das vorstellen in Berlin oder in Deutschland in Deutschland in Berlin meine ich ich meine jetzt im Bundestag in Berlin also nachdem ja die Grundeinkommensszene was ja gerade schon richtig gesagt wurde Janik richtig gesagt hat selber sich noch nicht so ganz einig ist welches Grundeinkommen dann eingeführt wird würde man sagen das bedingungslose Grundeinkommen wird nicht eingeführt das gehört zur Ehrlichkeit in jedem Fall dazu was man aber auf jeden Fall sagen muss ist die Linke ist ja schon wahnsinnig nahe dran an etwas was wie ein bedingungsloses Grundeinkommen wirkt wenn sie bei der Mindestsicherung und bei der Mindestrente inzwischen eine konkrete Zahl genannt hat von 1050 unter die niemand fallen darf wenn sie jetzt auch diskutiert hat dass eine Studentin ein Student der oder die BAföG bezieht ebenfalls auf jeden Fall deutlich mehr Geld bekommen muss als heute nahe ran an diese Summe sodass man davon eben auch leben kann ohne zusätzlich einen Studentenjob machen zu müssen dann ist sie sehr sehr nahe dran an der Anerkennung dass es keinen Menschen gibt der unter diese Summe fallen darf das ist jetzt nur die Frage dass eben so viele verschiedene Mechanismen implementiert sind dass man die jede einzeln umstellen muss um dann auf diese Summe zu kommen aber da ist die Linke jetzt schon angekommen also da ist die Linke dran man kann sagen ihr seid dran und es ist eigentlich jetzt eine Frage der Zeit dass man sagt wir präsentieren euch jetzt einen Vorschlag fürs Grundeinkommen die Linke hat ja unseren Vorschlag fürs Grundeinkommen also wenn darüber diskutiert wird dann diskutiert die Linke den Vorschlag den die BAG Grundeinkommen schon vorgelegt hat also der ist in der Szene glaube ich einigermaßen durch und bekannt also die 1050 demnächst 1080 für alle ab 16 und die darunter zur Hälfte dafür dann aber ganz viele andere öffentliche Leistungen perspektivisch umsonst wie öffentlichen Nahverkehr und solche Sachen das steht da alles in dem Konzept drin und wir sind doch so weit auch in der Partei bekannt dass wenn die Partei über dieses Thema redet redet sie über unser Konzept wo kann man sich das denn mal angucken danach lesen wenn einen das interessiert auch das gibt es im Internet unter www.die-linke-grundeinkommen.de das ist auch zu erreichen über die Archiv-Grundeinkommenseite vom Netzwerk alles vernetzt alles verlinkt und das ist eine so wunderschön aufgebaute Seite dass man da sowohl das aktuelle Konzept sehen kann als auch die vielen einzelnen Aktivitäten die dort gemacht werden wie gesagt wir basteln unter anderem jetzt auch an unserem Stofftransparent für die Demo am 14. und was das Schöne an der Linken ist und weswegen ich glaube dass es ganz wichtig ist dass es Parteien gibt weil wir das Thema ja mal grundsätzlich noch so an der Frage hatten am selben Tag ist ja auch die Umfähr-Teilen-Demo die einen ganz ähnlichen Schlusspunkt hat die aber woanders startet und die auch sehr stark von Gewerkschaften getragen wird und das Schöne an einer Partei wie der Linken ist es gibt uns auf beiden Demos das heißt also wir werden aus verschiedenen Richtungen aufeinander zulaufen und zum Schluss dann an einem gemeinsamen Punkt ankommen und das ist jetzt nicht nur rein räumlich in Berlin gemeint sondern ich denke das ist auch so eine Art und Weise politisch herangehens eine Partei ist darauf angewiesen in verschiedensten Szenen präsent zu sein wir sind als BAG Grundeinkommen in der Grundeinkommensszene präsent selbstverständlich sind die gewerkschaftspolitischen Sprecher der Partei in den Gewerkschaften präsent bei Verdi, bei IG Metall und bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaften und was es da sonst noch alles gibt und das Ganze muss ja irgendwann mal zu einem gesellschaftlichen Bewusstsein führen dass kein Mensch unter 1050, 1080 was es dann konkret jeweils ist fallen darf und das ist diese Frage nach Grundeinkommen ist ein Menschenrecht wenn wir diese Frage stellen dann ist die Linke glaube ich ganz genau die richtige Wahl weil das haben auch die Gewerkschafter anerkannt auch wer nicht arbeitet wer nicht im Erwerbsarbeitsprozess steckt darf nicht unter diese Summe fallen mit der Mindesterhöhung ist das anerkannt und darf nicht sanktioniert werden und deswegen glaube ich ist die Linke sehr sehr weit in Richtung auf ein bedingungsloses Grundeinkommen und kann also ohne weiteres von Grundeinkommensbefürworterinnen und Befürwortern gewählt werden am 22. September Wenn ich das nochmal so sagen darf also selbst die Kräfte in der Linken oder die Parteimitglieder in der Linken die nicht für ein Grundeinkommen sind, sind aber eben trotzdem dafür dass kein Mensch unter eine bestimmte Summe gedrückt wird Genau und das ist ja jetzt die Diskussion die wir in der Partei eben führen die sagen damit sind wir doch schon für ein Grundeinkommen was wollt ihr denn von uns dann noch und dann ist diese Diskussion warum ist eigentlich ein Grundeinkommen wirklich jeder und jedem zu zahlen und warum kriegt es den Millionär oder die Millionärin auch und da setzt es dann meistens aus weil ja Millionäre Millionärinnen letztlich gar nichts von den Linken zu kriegen haben und sei es nur 1050 Euro im Monat und diese Diskussion führen wir über die Systematik warum ist es richtig dass jede und jeder das kriegt damit man überhaupt das Bewusstsein dafür hat dass jede und jeder gleichwertig ist das ist ja bisher in der Gesellschaft überhaupt nicht vorhanden dass es diese grundsätzliche Gleichheit auch gibt und genau deswegen finde ich die Diskussion so spannend und finde ich es auch so schön dass wir diese Diskussion im Juni oder September 2014 auf dem Bundesparteitag haben werden Ja genau so ein wichtiger Punkt warum soll es jeder bekommen ich glaube also die Stigmatisierung fängt ja bei solchen Sachen immer da an wenn es nur eine Gruppe bekommt und wenn man jetzt sagen wenn man sogar sagt Millionäre selbst bekommen das dann ist wirklich keine Stigmatisierung da und das wäre das ist immer so Gefahren bei sowas das Grundeinkommen es birgt immer das bedingungslose Grundeinkommen als Idee man kann es auch missbrauchen man kann es auch wirklich so gestalten dass es gar kein Grundeinkommen ist obwohl es ein Label haben könnte das wäre die Gefahr und es gibt ja in letzter Zeit auch Leute die da auch drauf reinspringen raufspringen auf den Zug und zum Beispiel also ich bin jetzt so ich bin jetzt ganz normal nicht parteiorganisierter ganz normaler Bürger und sage naja aber wenn wenn das ein Millionär bekommt dann ist das wirklich keine also dann dann kann jeder sagen aber der bekommt es ja auch also es ist ja für jeden und dann ist halt eben gar keine Stigmatisierung da und das ist halt immer die Gefahr bei solchen sozialen Initiationen oder so dass immer ganz schnell die Stigmatisierung da kommt und dann plötzlich eigentlich was ursprünglich als gut gedacht war eigentlich am Ende was furchtbares ist für die Leute das finde ich auch sehr gut dass du das nochmal betonst das ist auch ein guter Gedanke dass einfach etwas was alle bekommen also heutzutage ist es ja so wer Sozialleistung bekommt hat gleich irgendwie einen bestimmten Stempel aufgedrückt bekommen und deshalb also sehr gut nochmal zum Nachdenken das ist glaube ich der Stempel da ist die Linke noch dabei sich das erst zu erarbeiten dass Millionärinnen und Millionäre auch keinen Stempel aufgedrückt bekommen dürfen das ist so ein Reflex die können nichts dafür auch dafür können sie eigentlich schon was dass sie im Rahmen des Kapitalismus so erfolgreich gewesen sind und geworden sind aber das heißt ja trotzdem nicht dass sie dadurch ihre Menscheneigenschaft verlieren und das ist die Diskussion die wir glaube ich ganz grundsätzlich haben in den Linken und die wir weiterführen müssen kann es auch sein dass wir da auch das Problem haben dass bei den Linken immer von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gesprochen wird und nie von eigentlich ja Unternehmern oder Selbstständigen das was wir eigentlich ja alle sind schon vom Mensch her also die Diskussion ob man stattdessen Erwerbsarbeitsplatz oder Erwerbsarbeit sagt statt Arbeitnehmer und dergleichen die haben die ist bei dem Geburts die meine ich nicht sondern dass man immer davon ausgeht dass eigentlich ein Mensch immer irgendwo Arbeit von einem Arbeitnehmer zu bekommen hat sozusagen von einem Arbeitgeber und statt einfach mit einem Grunde habe ich immer so das Gefühl das glaube ich kannst du wesentlich mehr in der SPD fragen bei den Linken ist es schon so dass die eigentlich davon ausgehen dass die genossenschaftliche Art sich zu organisieren diejenige ist die die Wirtschaft in Gang halten sollte das heißt also es gibt immer wieder den Satz auf den die Linke rekurriert die freie Kooperation freier Bürger aus dem kommunistischen Manifest also das ist immer wieder die Geschichte wir wollen eigentlich das so wie es jetzt gerade organisiert ist nicht und aber was wollen wir stattdessen und wie frei ist eine freie Kooperation und wie eng ist auch eine Genossenschaft organisiert und wie stark könnten genossenschaftliche Unternehmen werden auch jetzt schon unter den Bedingungen des Kapitalismus damit man quasi so trojanische Pferde hat wir reden die ganze Zeit eigentlich über trojanische Pferde das bedingungslose Grundeinkommen wird von Katja Kipping gerne als ein trojanisches Pferd bezeichnet die genossenschaftliche Organisation der Wirtschaftsweise wird gerne von Bernd Rixinger als ein trojanisches Pferd bezeichnet die beiden sind Parteivorsitzende da merkt man auch dann so unterschiedliche Vorstellungen aus welcher Gegend man dann sich dem Problem nähert aber auch beides hat ja jetzt in der letzten Zeit gezeigt funktioniert auch wenn man es zusammen denkt es ist ja nicht so dass sich das alles ausschließt sondern dass man mehrere Ideen haben muss um dann schließlich zu einer anderen Gesellschaftsordnung zu kommen und ich glaube insofern ist das mit den beiden Demo-Zügen die sich dann am selben Endpunkt treffen nicht wirklich nur konkret sondern auch sehr philosophisch und auch sehr naja eine Geste also sozusagen ja zukunftsmäßig zu verstehen Micha bist du damit zufrieden? Nein nein aber wir haben nur noch fünf Minuten und deshalb halte ich jetzt einfach mal die Klappe machen wir nach der Sendung weiter Olaf was hätte ich da jetzt noch zu sagen die letzte frohe Botschaft für heute die letzte frohe Botschaft ist dass das bedingungslose Grundeinkommen eine Philosophie ist die so überzeugend ist wenn man sich intensiv mit ihr beschäftigt dass es eigentlich nur um wir sind ja beim BGE Papst nur um die Verkündung einer frohe Botschaft hast du schon vom bedingungslosen Grundeinkommen gehört und nimmst du das bedingungslose Grundeinkommen als deinen persönlichen Retter an weitertragen kannst also wenn du auf diese Art und Weise vielen Menschen mitteilst dass es so eine Idee überhaupt gibt dann könnte ich mir vorstellen dass auch viele Menschen egal wo auf der Welt wieder eine Hoffnung haben dass es besser weitergehen kann als es die letzten Jahrzehnte weitergegangen ist das ist ein schönes Schlusswort von Olaf wir wollen natürlich auch von Jarek noch ein schönes Schlusswort hören jetzt fühle ich mich aber unter Druck gesetzt das kann man nicht mehr toppen ohne Grundeinkommen ist ein Menschenrecht 14. September 2013 sollen einfach alle dahin kommen die meinen dass sie die Idee gut finden und ich glaube jeder kann sie gut finden jeder wirklich das ist auch wirklich so gemeint jeder egal ob er irgendwo arbeitet und oder ob er studiert oder ob er irgendwelche Sozialgelder bekommt im Grunde genommen geht die Idee jeden an weil es geht da wirklich um unser Leben also um die Gestaltung wie wollen wir leben und selbst Arbeitgeber geht sie an weil ich würde mal sagen wenn du zufriedene Mitarbeiter hast die gerne für dich arbeiten dann ist das sicherlich für den Arbeitgeber angenehmer als wenn die Leute kommen und sich bei dir bewerben weil sie ansonsten sanktioniert und auf null gekürzt und verhungern müssen das ist eine schlechte Voraussetzung für jemanden zu arbeiten genau hier noch die Ansagen der Okabit am Donnerstag ab 13 Uhr bei Alex auf 88.4 da habe ich Annette Muse Köhn ja am kommenden Sonntag fällt der Pommes Rot-Weiß aus weil Rock Radio das ist jetzt die frohe Botschaft Rock Radio überträgt am kommenden Wochenende von Freitag bis Sonntag die Zapanale und weil Pommes Rot-Weiß wegen der Zapanale am kommenden Sonntag ausfällt mache ich um 17 Uhr zusätzlich zu meinen drei üblichen Wochenendführungen noch eine Führung durch Hohenschönhausen Treffpunkt ist um 14 Uhr vor der Galerie 100 Konrad-Wolf-Straße 100 hier auf Rock Radio geht es jetzt weiter ab 18 Uhr mit Peters Musikoase ab 20 Uhr gibt es Rockzeit mit Klaus ab 22 Uhr Pietweilung bei das Radioshow und der BGE-Papst hier wieder in zwei Wochen am 11. August Juliane wen haben wir da ja wir sind ja in unserer Politiker vor der Wahlreihe und zwar haben wir in der Reihe dann die Silvia Dürwald von den Piraten und Micha hast du noch etwas zu sagen ja so wie immer ja die Schlussworte überlasse ich dir danke ja nee ich würde höchstens noch mal auf die Plattform Grundeinkommen ist wählbar aufmerksam machen wollen wo sich jeder informieren kann über BGE-Kandidaten die ja entweder ja wie die Piraten oder die parteilosen Direktkandidaten schon ja direkt fürs Grundeinkommen einsetzen können sich einsetzen können oder eben halt Parteikandidaten von den Linken den Grünen die Violetten sind mit drin die sich offen fürs Grundeinkommen eben halt aussprechen aber es sich noch nicht aufs Parteiprogramm sozusagen mit draufschreiben können weil es die Parteien selber noch nicht abgesegnet haben und ja Grundeinkommen ist wählbar wenn noch irgendjemand einen kennt einen parteilosen Kandidaten oder jemand anderen der irgendwie die kandidiert fürs Grundeinkommen dann bitte melden und dort über das Formular sich eintragen mit einem kleinen Statement Link dazu und so weiter das wäre man noch von mir aus ich mache die Schlussrunde bedanke mich ganz herzlich bei Olaf Ostertag von der herzlichen Dank nochmal für die Einladung und bei Jarek und zwar ist er der Initiator der Demo am 14.09. Grundeinkommen ist ein Menschenrecht ja auch ich danke natürlich für die Einladung und dass sie hier sein durfte ja und wir danken noch denen die im Chat sind das war nur einer aber wie gesagt Leute wenn ihr heute lieber am Strand oder Strandhammer nicht am Wannsee lagt dann könnt ihr die Sendung nochmal nachhören genau und ja vielleicht sollte man irgendwie noch dafür stimmen oder sich einsetzen dass es so eine Webradius auch für den Strand irgendwie gibt dass man da hören kann hier in der Danze oder 50 waren zugegen Juliane Bär noch Michael Vilsch meiner Aufklärung ich mache mal Schluss für heute und tschüss tschüss